Was? Sie ist eine 10, aber sie redet schwäbisch beim Sex. 7,5. Bisschen besser, aber nicht viel. Ja, es wäre für mich aber auch eine 7. Weil dieser richtig schwäbische Bauern... Oh ja, das schiebst neid. Fick mich grad Scheid. Fick mich rechts, Hammer. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Buongiorno. Von der Kuhweide. Freunde, wir sitzen mal wieder draußen. Es hat zwei Gründe. Einmal, das Wetter ist heute wirklich fantastisch. Und der zweite größere Grund ist... Wir haben eine Kuh gekauft. Leider nicht. Der zweite größere Grund ist, in unserem Studio ist ja auch mein Podcast, mein Streaming-Setup und quasi auch so zeitmäßig meine Wohnung. Und ich sag mal, es ist gerade mehr sowas wie eine Müllhalde. Und wir hatten jetzt zwei Optionen. Entweder wir bauen hier draußen diese zwei Stühle auf. Und diese drei Stative mit den Kameras. Oder wir räumen unten das komplette Zimmer auf. Und die war wirklich fucking easy. Es hat, sag ich mal, zusätzlich zu dem Aufräum-Ding, ist da auch ein gewisser, sag ich mal, ein gewisser Smell, der da in der Luft liegt. Ja, das ist der... Also man muss dazu sagen, ich hab vorgestern einen 24-Stunden-Stream gemacht. Nee, war mehr sogar. Ja, 26 Stunden oder so. Herzlichen Glückwunsch. Ey, danke, Mann. Ich hab ein bisschen überzogen, aber das war der 26-Stunden-Gamer-Smell, der da war. Ja, der hängt auch in der Luft. Liebe Grüße an unsere Audio-Zuhörer-Freunde mal wieder. Wir sitzen gerade also draußen. Hinter uns befindet sich ein süßes Büschlein. Schilf. Ja, Wetter ist wirklich awesome. Also wir haben uns hier auf dem Parkplatz quasi gemütlich gemacht. um für euch heute eine Folge rauszuhauen. Wir haben uns heute was Kleines überlegt. Heute gibt's ein kleines Format. Ein kleines Format. Und zwar werden wir später zocken. Wir werden zocken, das Game. Sie ist eine 10-Aber. Oder er ist eine 10-Aber. Sehr innovativ. I know. Aber ich finde, das ist immer sehr, sehr geil. Und wir haben da sehr gerne Sachen rausgesucht. Mehr dazu später. Ich möchte eine Sache erzählen, Ritzmann. Nur eine? Willst du heute schnell eine schnelle Folge? Eine schnelle Folge heute. Eine sehr lange Sache. Ich möchte eine Sache erzählen, okay? Und zwar, Bro, wir haben es geschafft. Die komplette Formel-1-Fangemeinde hasst uns. Hasst mich. Dich. Ich habe diesmal nichts damit zu tun. Ja, ich dachte Miguel vielleicht. Aber Miguel war nur hinter der Kamera. Also basically, die komplette Fangemeinde der Formel-1 hasst mich jetzt. Was hast du getan? Ja, also wir waren ja auf dem Splash zusammen. Und dann habe ich halt so eine E-Mail bekommen. Splash! Nice sound effect, Bro. Beziehungsweise Lena hat dann halt eine E-Mail bekommen so mäßig. Hey, wir könnten halt zu McLaren in den Paddock gehen. Also quasi die besten Plätze bei der Formel-1, die es gibt. Bei dem großen Preis von Austria. Den Paddock abäppeln. In Spielberg. Genau, den Paddock abäppeln. Das war doch genau das Wort, oder? Was wir da bei dieser Zuschauerfrage hatten. Da hat doch die eine, hat uns doch diese Audio reingesendet und meinte so, sie hat mal den Paddock abgeäppelt. Weißt du nicht mehr, wo wir da saßen? Nein, das ist anders, Bro. Safe? Ja. Genau, dann schreibt es mal in die Kommentare. Beim Formel-1 auf jeden Fall ist der Paddock quasi, ich glaube, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, oh nee, jetzt werden wir die ganzen Formel-1-Hailer wieder hier drunter haben. Aber es heißt ja auch Rennstall. Das könnte schon sein. Ja, maybe. Auf jeden Fall ist es quasi so eine, es ist im Grunde eine Position, eine Lounge, die sehr, 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 sehr nah an der Strecke ist, am Start oder an der Ziellinie, wie auch immer man es betrachtet. Sehr philosophisch. Ja, und. Ist das Start, das Ende. Je nachdem, wie man es sieht. Auf jeden Fall haben wir dann einen Vlog gedreht, wir wurden eingeladen, wir konnten richtig viel sehen, es gab Unlimited Champagner. Ja, und laut der Community auf YouTube habe ich mich sehr disrespectful verhalten der Formel-1-Community gegenüber. Scheiße. Und habe mich vorher wirklich 0% informiert, was nur so semi-stimmt, aber ich check, dass es so wirkt halt. Okay, aber ich möchte jetzt eine Frage stellen, weil ich finde, also hast du dort vor Ort irgendwas gemacht, was disrespectful war oder fanden die es respektlos, dass einfach jemand kommt, der jetzt nicht so die Ahnung hat, weil dann finde ich es ein bisschen weak. Ja genau, also ich glaube, die meisten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber korrigiert mich gerne in den Kommentaren, dann fanden das super viele Leute so wack. Also einmal dieser Aspekt, dass halt so dieses klassische, jemand, der keine Ahnung hat, wird eingeladen, aber jetzt so die Leute, die quasi so drauf grinden, zahlen halt 2.000 Euro für ein Ticket. Weißt du so? Aber ich, der keine Leidenschaft dafür hat, kann da so hingehen. Oh, das ist ein bisschen so eine ähnliche Diskussion wie bei diesem Tri-Max, kann so Fußball kommen. Korrekt, korrekt. Ja, okay, verstehe. Das ist schon mal so, da hat man schon mal verloren bei, sagen wir mal, dem einen Drittel. Dann das zweite Drittel, ist das vielleicht egal, aber die hatten dann halt so das Gefühl, dass ich hingegangen bin und das Ganze nicht so ernst genommen habe und nur so da gesoffen habe. Und ich check aber auch, wir haben den Vlog halt auch, also Miguel und ich haben halt den Vlog auch so geschnitten, weil wir halt dachten, okay, jetzt so einen ernsten Formel-1-Vlog rauszuhauen, ist jetzt vielleicht für die Nicht-Formel-1-Gucker, die ich prozentual eher kleiner eingeschätzt habe. Also die, sorry, die Nicht-Formel-1-Gucker habe ich größer eingeschätzt. Also ich dachte, dass von meiner Community vielleicht so 15% interested sind in Formel-1 und 85% nicht. Also was machst du? Du gehst halt hin und versuchst halt einen Vlog rauszuhauen, der tendenziell eher die Leute anspricht, die vielleicht keine Ahnung haben von Formel-1, die, sag ich mal, so sind wie ich und da einfach keine Ahnung haben, aber es irgendwie interessant finden, you know? Ja, mal reingucken so. Genau, genau. Und meine Storyline, die so in meinem Kopf war, war so, ich gehe da hin, bin so, ja, es hat man neutral eingestellt, also ich bin jetzt weder großer Fan, noch finde ich es jetzt von Anfang an übel scheiße und lasse mich einfach mal drauf ein und gucke mal, was es mit mir macht, mal vor Ort zu sein. Und vielleicht hätte ich das noch so ein bisschen besser aufgreifen müssen hier und da, aber ich kann nur so sagen, scheiß mal drauf, wie es im Video rübergekommen ist. Und der Tag hat mich auf jeden Fall zu einem weitaus größeren Formel-1-Fan gemacht, als ich vorher war. Glaube ich dir. Weil, ähm. Das ist alles so zu sehen da hautnah, ne? Ja, genau, also das war wirklich, also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr krass, da so nah, das haben auch ein paar Leute gesagt, dass ich das quasi nicht value und nicht schätze, so nah an der Strecke zu sein, aber ich check, wie geil das ist, weil man sieht immer diese Videos, wo Leute irgendwo bei irgendeiner random-ass Kurve oder so stehen, weißt du? Und dann aber auch so 100 Meter weg gefühlt, Bro, und man hört nur so ein bisschen die Autos vorbeifahren, während bei uns das halt so richtig, Digga, die Ziel- und Startlinie, Junge, wie krank einfach. Ja, das ist cool. Und das Krasseste für mich persönlich war, äh, Boxenstopp. Ich fand Boxenstopp war so faszinierend, Bro. Ja, aber das, aber das wusstest du so wahrscheinlich auch schon vorher, dass es faszinierend war. Hast du schon mal so ein paar Videos gesehen oder so? Ja, 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 es gibt zum Beispiel von Red Bull, das ist einer meiner, also favorite Videos von Red Bull, da gibt's dieses eine Video, da haben die so einen Formel-1-Boxenstopp gemacht, aber in der Schwerelosigkeit, in so einem Flugzeug, wo man so, äh, wirklich, wo man so schwerelos ist für ein paar Minuten, haben die in der Zeit, wo die schwerelos waren, innerhalb von, ich glaube, eine Sekunde 96 oder so, haben die, äh, haben die da das Auto gechanged. In dem Flugzeug war ein Auto drin? In dem Flugzeug haben die ein Formel-1-Auto eingeladen und haben da dann quasi die Reifen gewechselt, also Boxenstopp gemacht. Rats! Digga, crazy Video, musst du dir reinziehen, das ist sehr, sehr heftig. Das kenn ich gar nicht, das ist crazy. Also ich möchte eine Sache dazu sagen, ähm, zwei Sachen. Ich glaube, einmal ist es so, dass Formel-1 als Sport irgendwie leider den Nachteil hat, dass, wenn du es jetzt nur im Fernsehen schaust, weißt du, andersrum gesagt, zum Beispiel sowas wie Fußball, Handball, wenn ich das im Fernsehen schaue, kriege ich schon ziemlich viel von diesem Sport mit und auch von der Faszination. Natürlich ist es noch mal cooler im Stadion zu sein, aber ich checke schon relativ viel, was da abgeht und was man daran cool finden kann. Und ich glaube, Formel-1 ist so eine Sache, wenn du es wirklich nur ab und zu mal so auf YouTube oder im Fernsehen siehst, dann kann, es geht einfach nicht, ich glaube, du kannst es einfach nicht begreifen, wie cool das Ding ist. Ja. Und deswegen war halt sowas wie Drive to Survive ja wirklich, hier ist auf jeden Fall was los. Wir haben eine Stunde den Podcast vorbereitet, kein Auto vorbeigefahren, wir nehmen zwei Minuten auf, Digga, halbe Autobahn. Jesus. Aber dieses Drive to Survive auf Netflix, das war ja auch ein Geniestreich der Formel-1, dass sie das in Auftrag gegeben haben. Also das war... Also falls ihr das nicht kennt, im Grunde ist es, glaube ich, so eine Art Behind-the-Scenes-Formel-1-Säge, könnte man sagen. Aber halt nicht fiktiv, sondern es ist echte Geschehene. Das ist wirklich... Geschehnisse? Geschehnisse? Geschehnisse. Geschehnisse. Jetzt kannst du beides sagen. Ich weiß nicht, ob sowas in der Geschichte überhaupt des Sportes schon mal so einen krassen Five-Head-Move gab. Das ist so crazy, wie viele neue Leute sich für Formel-1 begeistern. Das war wirklich richtig smart. Und halt, dass die auch halt... Weil es halt die Formel-1-Chefverband da gesagt hat, hey, wir drehen diese Serie, ihr redet gefälligst mit diesen Journalisten. Deswegen hast du ja auch so viele coole Momente, wo dann jetzt, keine Ahnung, Team Mercedes-Leader, auch nachdem die verloren haben, noch mit diesem Netflix-Team redet, weil die halt es müssen. So, weil die halt... Ja, weil die Signs haben. Wahrscheinlich kriegen die auch Kohle dafür. Safe wahrscheinlich. Aber deswegen voll geil, weil wenn das einfach nur so Journalisten wären, dann hättest du nie sowas Geiles rausbekommen. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, ich finde es auch trotzdem, ich kann es zwar verstehen aus so einer leidenschaftlichen Fansicht, aber ich finde es trotzdem immer auch ein bisschen weird, dann so den Frust, weil man zum Beispiel selbst... weil man selber kein Ticket bekommt, an Leuten rauszulassen, die dafür nichts können. Vor allen Dingen, also das Ding ist halt, was mein Gedanke so mainly war, aber vielleicht hätte ich das auch so ein bisschen mehr mit so Samthandschuhen irgendwie anfassen sollen das Thema und vielleicht auch mal erwähnen sollen. Mein Gedanke war halt auf der einen Seite, ey, ich gehe da hin als jemand, der keine Ahnung hat und mal gucken, was es mit mir macht. Vielleicht finde ich den Sport übelst geil. Voll geil, ist doch voll nice. Und genau so war es auch. Oder, beziehungsweise und, ich möchte irgendwie auch dieses Erlebnis mitnehmen für Leute, die da nicht hingehen können. Leute, die nicht irgendwie das Money haben, um da hinzugehen oder die Möglichkeit oder so. Da dachte ich so, ist doch voll geil, das dann auch zu sehen. Aber vielleicht hätten wir es hier und da nochmal so ein bisschen anders formulieren sollen. Also ich hatte jetzt so, im Nachhinein habe ich das nochmal geguckt, so, sage ich mal, durch die Augen von jemandem, der vielleicht krass eingefleischter Formel 1 Fan ist. Und ich habe halt schon ziemlich oft erwähnt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, wo, wo, wie sind wir hier, jo, wir saufen jetzt, bla bla bla. Und dann kommt man vielleicht schnell in den Vibe, okay, haha, er nimmt es nicht ernst. Aber finde ich, hast du noch ehrlicher, Bro. Ja, aber das war, also, ja. Weißt du, sollst du jetzt da so tun, als hättest du die Ahnung oder so? Ja, denke ich mir irgendwie auch. Aber so, wir haben halt auch so Szenen eingebaut, wo ich dann halt mit dem einen Guy gesprochen habe, der uns da rumgeführt hat, Joel hieß der, weil ich wollte mich wirklich damit auseinandersetzen, weißt du? Ich hatte nicht unbedingt die Zeit, wir kamen vorher aus L.A., Splash, bam, 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 bam. Da war in meinem Kopf nicht, okay, jetzt setze ich mich hier drei Stunden mit Formel 1 auseinander, damit ich da irgendwie vorbereitet hinkomme. Es ist auch am Ende des Tages, wäre das nicht so mein Style. Ich fand es geil, da einfach so random ass fuck einfach aufzupullen. Und was willst du denn in drei Stunden jetzt da groß vorbereiten? Einfach hingehen und quasi die ehrliche, klar, ist da ein bisschen geschnitten, dass es ein bisschen lustiger mal ist und so. Aber einfach mal so ein bisschen dieses ehrliche Ding und am Ende des Tages gehst du ja irgendwie begeisterter raus. Und was ich mir denke, was man jetzt auch als Fan halt nie vergessen darf, durch sowas, zum Beispiel durch dieses Video, wird es ja so vielen Leuten, die vielleicht davor, die sind so gegen wie dir, die gar nicht so richtig interessiert waren, die schauen das Ding und denken sich vielleicht auch, actually ist es irgendwie vielleicht doch geiler, als ich dachte. Und eure Fangemeinde wird dadurch noch größer. Also es ist halt ein Win-Win an allen Ecken und Enden so. Ey, drauf geschissen, ich meinte jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie disrespectful, aber kommen wir zum nächsten Topic. Aber das war auf jeden Fall der L der Woche, glaube ich. Muss man aber sagen, da möchte ich nochmal kurz einen Shoutout raushauen. Sascha, auch sehr großer Formel 1 Fan, also unsympathisch Sascha. Er zockt auch onstream immer so Formel 1 und so, ja. Guckt jetzt, also der reagiert eigentlich auf jeden Vlog, den wir rausbringen. Richtig geil, das freu ich mich wirklich immer sehr drauf. Und der war auch so ein bisschen so, hey Junge, jetzt hat der keine Ahnung und so. Aber er hat es halt so mega mit Humor genommen. Ja, korrekt. Ja, fand ich sehr geil, also hat mich sehr gefreut, Shoutout Sascha. Ich hab einen weiteren L die Woche getaggt. Okay. Sorry, dass ich jetzt hier gerade noch die zweite Story in Raw rauskomme. Ey Bro, das ist gar kein Problem, ich versuche mir alles zu merken. Okay, ich hab noch einen zweiten L getaggt die Woche. Und zwar muss ich meine Haare färben. Oh mein Gott, ich bin, okay, ja, okay, ja, lass da drüber reden. Ich bin sauer. Ja, ich bin auch sauer. Wie kam es dazu denn? Also passt auf, auf Twitch geht gerade Superham irgendwie so Win-Challenges. Basically, man geht hin und sagt halt am Anfang vom Stream, hey, wir machen heute eine Win-Challenge, 10 Games, 15 Wins oder so. In meinem Fall waren es 10 Games, 20 Wins. Genau, was man dazu sagen muss, die Idee dann von so einem Stream ist, dass man so lange streamt, bis man das erreicht hat. Oder bis man abbricht und dann sagt, ähm, ja, okay, ich mach die Bestrafung. Okay, maybe, aber eigentlich soll man es schon echt durchziehen, so mit Leid und Seele, so, ne? Ja, klar, klar. So, und jetzt hab ich halt, also ich hatte eh geplant, einen 24-Stunden-Stream zu machen, weil ich so, mainly war mein Gedanke, hey, ich stream gerade irgendwie so einmal die Woche oder so oder manchmal auch gar nicht, manchmal zweimal, aber immer so ein bisschen so, ne? Also YouTube ist gerade mein Fokus, Twitch ist mein Side-Piece, mein Side-Piece. Meine Side-Bitch. Meine Side-Bitch, okay? Und dann dachte ich so, ey, so, ich wollte einfach so ein bisschen was zurückgeben, weil meine Twitch-Community ist trotz meinem Wechsel auf YouTube crazy strong. Ja, safe. Also, bro, das ist wirklich krass. Ich kann zwei Wochen nicht gestreamt haben, Leute chillen beim Offline-Chat und labern miteinander. Die sind loyal. Und ich komm online, Leute sind da und tun so, als wäre alles wie vorher. Der ist richtig cool. Und das ist wirklich ein Ultra-Blessing und dann dachte ich halt so, in dem einen Stream, der wäre so super wholesome und ich habe genau über sowas gesprochen, dann meinte ich so, ey, eigentlich müssten wir mal einen 24-Stunden-Stream wieder machen, weißt du, so als so dickes Dank an die Community so mäßig. Ja. Und habe ich gemacht, war quasi diesen Samstag 24-Stunden-Stream, ist am Ende auch ein bisschen länger geworden und ich dachte halt, in diesem 24-Stunden-Stream mache ich so eine Win-Challenge. Was kann schiefgehen? 24-Stunden stream ich ja eh, als ob ich da nicht alle Wins hole. Ja, was kann wohl schiefgehen, ne? Genau, so, dann haben wir also am Anfang festgelegt, was für Games werden gespielt. Dann wurde halt irgendwie Counter-Strike, Fall Guys, Minecraft, Bad Wars und so weiter und so weiter und so weiter. Wurde alles reingepackt und dann ging es los. Bestrafung wurde noch festgelegt und dann am Anfang war halt die Bestrafung, meine Community findet halt meinen Bart sehr hässlich. Beziehungsweise ein großer Teil, es gibt auch ein paar Verfechter vom Bart, muss ich sagen. Nicht mal so wenige, glaube ich. Ne, da sind auf jeden Fall zwei Fronten, haben sich gebildet. Ich muss sagen, auch so langsam, Bro, man hat sich dran gewöhnt. Ja, ich finde den Bart sehr geil, muss ich sagen. Was mich nur sehr stört, sind wirklich hier diese Lücken. Hier ist halt wirklich nur, dieser Part nervt mich mega. Wäre dieser Part ein bisschen voller, also wäre hier ein bisschen mehr und hier ein bisschen mehr. Also für die Leute, die Audio hören, im Grunde wären an meinen Wangen ein bisschen mehr. Ich glaube, du musst es einfach ein bisschen shorter keepen. Weißt du, dass es nicht so unaufgeräumt aussieht, da wo die Lücken sind, weil ich habe auch ein bisschen Lücken. Und immer wenn ich bei Fatih war und er das halt ein bisschen so ordentlich macht, wieder so ein bisschen kürzer, dann sieht es auch immer ein bisschen geiler aus. Ja, vielleicht. Das habe ich auch überlegt. Ich gehe die Tage nochmal zum Friseur, bevor ich mir die Bestrafung unterziehe. Aber im Grunde habe ich halt gesagt, hey, ich mache den Bart ab. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich den Bart ab mache, dann mache ich, wenn ich das nicht schaffe, den Bart ab. Ich werde es mit den Worten, Zitat, ich werde es ja eh schaffen. Und dann meinte jemand, hey, nur Bart is low, mach noch was. Ich so, ja, okay, machen wir noch Haare färben. Kein Problem, ich schaffe es ja eh. Färbe ich meine Haare. Ihr könnt auch suchen, was ich mache. So hat es angefangen, ja. So schrecklich. Und dann ging es halt los. Ich halt reingestartet, Bro. Ich weiß gar nicht mehr, mit was ich angefangen habe. Auf jeden Fall, ich übelst lange rumgestruggelt. Dann abends Counter-Strike. Wir brauchten drei Wins in Counter-Strike. Ich habe vier Stunden oder so mit Felix gespielt. Wir haben einen Win geholt. Stark. Das ist halt so übernull. Ich habe ein Game zugeschaut, das war ich nicht ganz kraft, Digga. Ihr habt euch die ganze Zeit über so einen Spieler abgefuckt, vor allem Felix. Der war aber zwei Plätze höher, als er im Scoreboard. Ja, Felix war so turbotoxig und hat halt so alle unsere Team-Mates so komplett demotiviert. Aber er war einfach der Schlechteste. Ja, I don't know. Auf jeden Fall, long story short, Freunde. Wir waren dann so, ich war dann so 24, 25 Stunden into the Stream. Und ich hatte so elf Wins. Hallo? Ich hatte so elf Wins oder so. Ich habe dann so gemerkt, okay, mir fehlen jetzt hier noch neun Wins. Und dann habe ich so gerechnet, okay, wie lange werde ich jetzt für Sachen brauchen? Da war zum Beispiel noch sowas offen, ich Speedrun ja, oder habe in der Vergangenheit sehr viel Mario 64 gespeedt. Oh, das stimmt, das war auch noch offen, ja. Und ich habe gesagt, ich mache einen Speedrun, muss ich schaffen, unter 20 Minuten. Und für alle Leute, die meine Speedruns nicht geguckt haben, damit ihr das kurz mal checkt, ich würde sagen, meine Average-Zeit, wenn ich trainiere, ist so 20 Minuten 30. Also um unter 20 Minuten zu kommen, habe ich irgendwie so zwei Jahre krass gegrindet. Aber, also Real Talk, wieso nimmst du dir sowas rein? Da muss man wirklich sagen, du hast übertrieben. Ja, ich dachte halt, ich wollte es halt irgendwie nicht low wirken lassen, weißt du? Ich dachte, wenn ich jetzt so sage, ja, 21 Minuten, dann schaffe ich das First Try, ist ja mega low. Ja, aber es ist ja ein Item aus vielen, die diese Liste machen. Genau, das habe ich halt voll unterschätzt. Du hast komplett, du dachtest, man nimmt dich low, wenn du jetzt nicht krasse Sachen da reinpasst. Ja, ja, das war wieder so ein bisschen so... Übertrieben einfach. Ja, komplett zu gierig gewesen, würde ich den Mund nicht voll genug bekommen. Und genau an diesem Bit saß ich dann. Also ich habe dann halt, zum Beispiel habe ich Counter-Strike-Wins, habe ich geschafft. Ich habe Bad Wars-Wins, habe ich geschafft. Weißt du, diese ganzen Sachen, die ich halt so mediumschwer im Kopf hatte, habe ich alle geschafft. Und dann dachte ich so, okay, jetzt widme ich nach 24 Stunden Stream, ich war komplett im Autopilot, mein Kopf war komplett dumm, jetzt widme ich einem Speedrun, was wirklich so 120% Mental Capacity... Super dumm. Capacity, 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 Capacity. Also Freestyle, Capacity, Kapazität benötigt. Capacity. Capacity, ja man. Ja, jetzt widme ich mich dem Shit, okay, und ja, Bro, das hat halt nicht hingehauen. Aber Bro, aber das, sorry, du weißt, ich liebe dich und alles, aber das ist doch einfach nur dumm. Wieso schiebst du denn so ein Item so stark nach hinten, Mann? Sowas wie CS-Win, ja, da kann man sich doch auch carryen lassen, dann, also halt, da hast du noch Team und Shit. Ja, war übelst dumm, war übelst dumm. Auf jeden Fall, dann habe ich so gemerkt, Bro, ich gehe bei Gott nicht hin und ich habe, das Ding ist, es gab halt für mich ein Zeitlimit. Ich hätte halt auch, vom Ding her hätte ich natürlich auch 40 Stunden streamen können und ich hätte es vielleicht auch vom Mental-Ding her hinbekommen, aber erstens, je länger der Stream geht, desto schwerer wird es werden, diese 20 Minuten zu erreichen bei dem Speedrun. Ja. Plus, an dem Tag, mein Girlfriend kam wieder, okay, und ich habe sie drei Wochen nicht gesehen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, du, schau, pass auf, ich muss jetzt hier noch Super Mario 64 Speedrun. Kannst dir am Stream ein bisschen zugucken einfach. Viel Spaß im Airbnb, ich komme erst morgen. Ja. Das kannst du ja nicht bringen, Digga. Wenn du dich drei Wochen nicht gesehen hast, Bro. Schatz, ich muss zocken. Die Frau macht dann halt Schluss so. Ich kann die nicht verlieren so. Die schlägt dich tot, ja. Ja, so, und deswegen dachte ich so, okay, mein Limit ist halt so 21 Uhr, 22 Uhr, weil sie kommt halt so 23 Uhr mit der Bahn. So war mäßig mein Ding. Habe ich so gemerkt, okay, ich habe mal so grob durchgepeilt, schaffe ich nicht. Und dann habe ich, in diesem Moment, wo ich gemerkt habe, es ist 0% möglich, habe mich komplett die Energie verloren oder verlassen so. Vorher hat mich so komplett durch die Nacht die Energie und mein Ziel, es zu schaffen, getragen. Ich wusste die ganze Zeit, okay, du darfst jetzt nicht müde werden. Du musst ready sein die ganze Nacht, du musst diese Challenge schaffen. Und ich habe noch nie einen 24-Stunden-Stream gehabt, der so easy war wie der, weil ich diesen Grind hatte, dieses Ziel vor Augen. Ja, check ich. Aber dann auf einmal, wo ich gemerkt habe, du schaffst es nicht. Es ist nicht möglich. Alter, da habe ich richtig gemerkt, wie so mein Mental-Game, ist wie so ein Kartenhaus eingefallen in dem Moment. Und auf einmal, ich konnte mich nicht mehr unterhalten. Es war so übel schwer, Bro. Davor, halbe Stunde vorher, ich war so konzentriert, ich habe First Try, erstes Game in Fortnite gewonnen. Krass. Richtig krass rasiert, Shots gehittet. Die Leute haben reingeschrieben, Junge, warum aimst du so krass? Krass. Ich war so krass in meinem Film drin, weil mein Körper ist so runtergefahren. Ich hatte so diese ganzen, ich entertaine jetzt Sachen, die waren weg. Ich war nur noch in meinem Ich-Zocken. Als würde man sonst im normalen Zustand so Off-Stream irgendwas zocken. Man sitzt zum Beispiel einfach nur alleine am PC. Das habe ich auch bei so Games gemerkt, wo ich so, wenn ich es Off-Stream zocke, macht man richtig, ist man so viel besser. Und On-Stream sind diese ganzen anderen Sachen, mit denen du beschäftigt bist. Aber die waren dann schon weg. Du warst im Stream, aber du warst im Tunnel. Auf jeden Fall, long story short, ladies and gentlemen. Ich habe aufgegeben, wie eine fucking Bitch. Und mein Chat hat gevotet, ich muss mir jetzt rote Haare machen und meinen Bart abrasieren. Guck mal, an sich, okay, Bart, Bruder, sag ich ehrlich, juckt. Wächst ja wieder. Haare rot an sich, hattest du ja, glaube ich, schon mal, oder pink hattest du schon mal. Pink hatte ich mal, ja. Aber es war ja schon so ein bisschen rötlich fast. Deswegen würde ich auch sagen, an sich juckt. Eine Sache, wo ich direkt dran dachte, Bro, der muss auf der Gamescom so rumrennen. Hast du nicht dran gedacht? Alter, die Gamescom ist ja bald. Bro, das ist mal mein erster Gedanke war, der Mann wird eine Million Jahr Bilder machen müssen und vielleicht sogar einen Auftritt haben und sich mit Businesspartnern treffen, whatever. Und wird rumlaufen wie ein Dicker. Der verfickte Puhmuckel von Köln-Kalk, Digga. Und wo ich noch viel saurer drauf bin. Wir haben ja einen, haben wir im Podcast schon auch oft hier angekündigt für euch, Freunde. Den Edeltalk-Live-Podcast. Ihr habt es euch dick in die Kalender markiert. Am 6.9. Edeltalk-Live. Junge, das ist für mich, ich denke auch für Kevin, ein so wichtiges Event. So ein krasser Meilenstein. Davon hängt ab, ob wir vielleicht nächstes Jahr eine Tour machen. So viel. Und es werden Bilder gemacht. Eins live. Webseite, Digga. Vielleicht kommt eine Zeitung, wer weiß, was da kommt und der Mann mit einem verfickten roten Haaren da sitzen, Alter. Ja, das habe ich nicht vergessen. Beide Sachen oder nur Gamescom vergessen? Beides. Ich hätte allgemein nicht auf dem Schirm. Ich dachte so, ja, also ich sage dir ganz ehrlich, mein Main-Gedanke war so, ich laufe halt wie so ein Hund rum und meine Freundin kann mich nicht ernst nehmen. Was keinen Sinn macht, weil meine Freundin nimmt mich auch so nicht ernst. Ja, und was, also jetzt mal dumm gesagt, wahrscheinlich seht ihr euch dann... Wahrscheinlich nimmt dich auch niemand ernst. Bei den nächsten drei Wochen seht ihr euch wahrscheinlich halt auch wieder dann nicht. Maybe. Ja, aber du hast ja rote Haare länger als drei. Das wären drei bis vier Monate mit roten Haaren. What? Hundertprozentig. Die rosa Haare. Digga, da bist du ja noch bei Edeltour rot. Nee, das meine ich nicht mit. Also ich hatte die rosa Haare. Okay, man muss sozusagen, die rosa Haare damals, da habe ich ja alles blondiert und dann habe ich rauswachsen lassen. Und guck mal, bis halt das auf der Länge rausgewachsen ist, wenn du jetzt hier am Ansatz bist. Das dauert übelst lange. Also ich habe immer rauswachsen lassen und dann nachgeschnitten. Weißt du, rauswachsen lassen, nachschneiden. Bis es da ist, das dauert zwei, drei Monate, Bro. Okay, wen haben wir hier? Also entweder ich gehe hin und färbe wieder irgendwann auf meine Naturhaarfarbe oder ich lasse halt rauswachsen und es dauert drei Monate. Das ist halt der Struggle, aber mal gucken. Aber musst du für rot auch blondieren? Ja, ich glaube schon. Crazy shit. Was ging bei dir die Woche ab? Okay, hey, warte mal. Ich bin ja auch noch da. Hey, ich war gestern in Berlin. Oh. Ich war krass neidisch. Super viele von unseren Freunden waren in Berlin, Digga. Von mir ist das übel. Ja, ich war da mit Lena und mit Mike. War noch irgendjemand anders da? Stimmt. Äh, nee. Rob ist auch gerade da. Rob ist gerade da. Smiley ist gerade da. Smiley ist da, ja. Und Sandy ist anscheinend da. Ja, man hat super viele Leute, Bro. Smiley hat mir so geschrieben, ey Bro, bist du noch in Berlin? Weil wir sind jetzt gerade hier. Da saß ich aber schon im ICE wieder zurück. Weil wir waren wirklich nur Sonntagabends hin und Montagnachmittagabend wieder zurück. Soll ich dir sagen, wie ich rausgefunden habe, dass Rob in Berlin ist? Du hast ne Story gesehen, wo er irgendwas ist? Ich hab ne Story gesehen, also ne Insta-Story von ihm, wo drei Rob's Chipspackungen auf nem Laufband laufen, weil die haben anscheinend für die Chipspackungen von Rob's haben die so Maskottchen gebaut und davon sind so welche so rumgelaufen auf so Laufbändern, Digga. Ich hab ne Insta-Story gesehen, da haben die sich gegenseitig gehauen oder haben ihn bedroht mit Baseballschlägern. Fand ich sehr, sehr lustig. Ich auf jeden Fall in Berlin, um teilweise was für ein bisschen noch geheimes Projekt vorzubereiten. Boah, da freu ich mich sehr, sehr auf die Idee. Ich freu mich auch, ich hoffe, es klappt. Ja. Weil es sind, ihr wisst, wie das ist, es hängt immer noch an so vielen Faktoren und so. Kannst du ein bisschen grob spoilern, was es sein wird? Guck mal, ich kann ja ein bisschen sagen, was ich da gemacht hab und dann kann man es vielleicht schon so ein bisschen ab sich überlegen. Hast du es schon am Stream erwähnt? Weil es klingt für mich, die Sache, die du Ende des Jahres, glaub ich? Ja. Die Sache, die du Ende des Jahres, darf man schon sagen, was es ungefähr ist? Ganz, 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 ganz grob. Also es wird halt, es wird ein Item sein, was man sich kaufen kann. Ja, genau, ein Produkt. Ein Produkt, ja. Genau, also das Produkt, was du Ende des Jahres rausbringst, klingt für mich wie so eine Idee, die man so um zwei Uhr nachts hat, während man gerade streamt. Und dann sagt man so, ey Alas, das müssen wir unbedingt machen. Das muss ich unbedingt machen. So klingt das. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die Idee entstanden ist, aber es könnte gut sowas gewesen sein. Okay, check. Auf jeden Fall war das einmal sowas, so ähnlich bisschen wie wie ich im Stream auch drauf kam, dass ich ein Bodypillow machen will. Kann ich euch nicht sagen, ob es klappen wird? Dominik Rezmann, Bodypillow wäre so lit. Ihr müsst halt damit rechnen, dass es halt doppelt so teuer ist wie normale Bodypillow. Weil wir werden es ja auch, sag ich mal, in Lebensgröße halt bauen. Und eine Herstelle braucht halt doppelt so viel Füllung. Jetzt habe ich den dicken Joke gemacht, den dürfen wir nicht flächen. Ja, ich wurde gehatet unter der letzten Folge, dass ich die ganze Zeit Dominik Body schäme. Und das stimmt auch. Es stimmt auch leider, ja. Ja, es stimmt. Carsten Stahl. Ich bin ein Body-Shamer. Carsten Stahl, das wäre wild. Ja. Ich bin also nach Berlin gefahren, um für dieses Ding etwas zu machen. Und dann, das war richtig wild, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich bin in so eine Art Atelier gegangen. Da wurden wir empfangen von einer Mitarbeiterin von dieser Firma. Und man hat auch gesehen, also das hat man so ein bisschen in der Insta-Story von dir schon so sneaky gesehen. Da wurden auf jeden Fall das Maßband um den Bauch angelegt. Ey, erst mal wir kommen dahin, die war super freundlich und sowas. Und es ging halt um eine Vermessung, basically. Dass ich vermessen werde von Kopf bis Fuß. Und dann gab es da so drei, vier so Bögen, auf denen quasi, da war immer so ein Mensch abgebildet. Oder zum Beispiel mal nur eine Hand oder mal nur ein Kopf oder sowas. Und dann waren da immer so verschiedene Striche gemacht. Und dann war eine Zahl dran. Und dann stand halt da drüben zum Beispiel, Erklärung, was da genau gemessen werden muss. Und dann konntest du eintragen, ja. Es waren richtig viele Sachen. Okay. Richtig viele Messungen. Also im Grunde wurde dein ganzer Körper von oben nach unten ausgemessen. Richtig. Außer wahrscheinlich Intimbereich. Also so Intimsachen haben wir jetzt nur geschätzt. Richtig Spaß. Wir müssten jetzt noch für die Hosengröße, müssten wir wissen, wie groß ihr Schwanz ist. Ja, dann schreiben sie immer drei Meter. Und dann würde ich da... Ey, starker Gag. Danke dir. Das war krass. Und dann würde ich da am Anfang erstmal so ausgemessen, was Thema Bauch und Taille angeht. Ja. Und dann mussten die so zwei Maßbänder so zusammenpacken. Die hat dann, das hat man in meiner Insta-Story auch gesehen, die haben dann, da wo meine Taille ist, haben die dann so ein, wie so ein Klebeband auf mich draufgeklebt, auf mein T-Shirt. Weil halt das so ein Messpunkt war, den die immer wieder gebraucht haben. Zum Beispiel stand auf dem Zettel dann, Nase bis Taille, Auge bis Taille. Und dass sie halt nicht immer die Taille neu messen müssen, können sie bis zu einem Strich einfach mal übel smart. Okay. Ist ja von den Gag... Wo genau, okay, das ist eine komplett weirde Frage, aber wo genau ist die Taille? Ja, also sie hat dann auch so ein bisschen so Gags gemacht, so mäßig, da muss ich erstmal die Taille füllen. Und ich stand dann halt so und dachte so, ja gut, okay, das wird jetzt die nächste Stunde so weitergehen, eigentlich. Und die Taille, das hat sie dann erklärt, wie die Definition ist, die Taille ist, wenn du das Maßband zum Beispiel um deinen Bauch drum rumlegst und du dann so hin und her wackelst mäßig, der Punkt, an dem es nicht mehr nach oben oder unten rutscht. Check. Also wie wenn ihr euch eine Sanduhr vorstellt, wirklich der allerengste Punkt, weil da könnt es ja dann nicht mehr nach oben oder unten gehen. Ja? Nee, der allerdickste Punkt ist es doch, oder? Nein, bei einer Sanduhr, genau der Punkt in der Mitte, der dünnste Punkt, weil das Maßband könnte nicht nach unten rutschen, weil da wird die Sanduhr wieder dicker und es kann auch nicht nach oben rutschen. Ah, okay. Wenn ihr euch vorstellt, es ist wie so ein Ring um euch... Aber es gibt auch Menschen, die sind halt eher so wie du, mehr so kugelförmig. Jetzt könnt ihr in die Kommentare reingehen, jetzt könnt ihr reingehen. Nein, das ist nicht so böse gemeint, aber du hast ja jetzt keinen Sandglas vorm Körper. Naja, jetzt nicht genau so, aber es ist trotzdem... Es ist ja trotzdem, wenn ihr mal... Sorry, Bruder, ich hab dich lieb. Wenn ihr mal so an eure Seiten reinfühlt, dann gibt's ja trotzdem einen Punkt, hier so, gibt's ja einen Punkt... Ja, so in der Hüfte, ja. ...wo quasi einfach der dünnste Punkt eures Körpers ist, so. Ja, okay, check. Also ich glaub, meine Hüfte wäre wirklich so hier. Also so... In Italien? Das ist so auf Bauchnabelhöhe, würde ich gerade sagen. Ja, hier so. An der Seite Bauchnabelhöhe, ja. Das ist dieser Punkt, wo man so Leute kitzelt. Ey, genau. Oder wo, wenn man halt, wenn man jetzt jemanden hochheben würde, so G-Leader-mäßig... Wie hab ich gerade? G-Leader ausgesprochen? G-Leader. G-Leader. Wenn man jemanden so G-Leader-mäßig... G-Leader, hey, nöchst du mal vorbeikommen, wer will? Wenn ihr den hochheben würdet, den Person, da wo ihr anpackt. Und dann würde ich komplett vermessen, oder du weißt nicht, was da alles gemessen wurde. Auch mit so Fachbegriffen, auf Lateinisch teilweise. Stericulum bis Panticulum und sowas wurde gemessen. Hände, Nase, Gesicht, Haaransatz, alles. Haaransatz? Oder es wurde gemessen, Haaransatz bis Kinn. Haaransatz bis Mund. Wo ich mir denke, wird hier irgendwie eine Art so ein BDSM-Maske für mich gebaut oder sowas? Okay, okay, also kann ich nur zusammenfassen. Alles von dir wurde ausgemessen. Also es scheint irgendwas ganz Körpermäßiges zu sein. Es könnte was ganz Körpermäßiges sein. Ich bin extrem gespannt. Boah, ich hab so Bock, wenn ich euch das mal erzählen kann. Kannst du noch einen ganz kleinen Mini-Spoiler geben? Willst du schon irgendwas dazu sagen? Kannst du irgendwas geben, was die Fantasie der Zuschauer anregt? Also sexuell. Ich sag, boah, ich sag dir, das Endprodukt wird auf jeden Fall für manche sexuell sein. Okay, bumm, bumm, das ist der Tipp. Ich werde in verschiedene Rollen schlüpfen. Boah. Jetzt haben wir ja... Mehr sag ich nicht. Boah, nee, 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 mehr darfst du nicht sagen. Geil. Es wird ein sehr geiles Projekt. Ich bin sehr, sehr pumped drauf. Ja. Ich würde sagen, worauf ich auch pumped bin. Oh mein Gott. Diese Überleitung. Unsere... Unser erstes Format hier in dem Podcast. Oh, wait. Ich hab noch ein Format, was wir vielleicht vorher noch kurz reinschieben können. In deinen Arsch. Wie du mich gerade angeguckt hast, als wird die heilige Mutter Maria gleich auf dich herabliegen. Ja, hau raus. Ich bin unter das letzte Video runtergegangen und hab mal ein bisschen die Kommentare durchstöbert. Unter dem Hate, Mama Lena hat uns gerade kontrolliert, unter dem Hate gegen Kevin wegen Fettshaming und Freunde, alles gut, macht euch da keine Sorgen. Ich krieg da immer Dresche nach dem Podcast von Dominik, deswegen ist das ausgeglichen. Richtig, richtig. Haben viele auch zum Beispiel ihre Favorite-Gummibärchen-Farbe geschrieben. Das war eine Diskussion in der letzten... Oh mein Gott, ich hab da mit meiner Freundin auch drüber gesprochen. Meine Freundin wollte mir erklären, die weißen und die grünen sind die besten. Digga, wenn ihr die weißen Gummibärchen am besten findet, seid ihr Psycho. Also das war ja genau meine Antwort. Ich hab gesagt, die weißen und die grünen. Bei grün warst du ja bei mir. Grün ist mega. Grün und rot sind die besten. Okay, erstmal haben auch viele Leute geschrieben, ja man, es gibt zwei rote. Das war ja auch noch so anscheinend eine kurze Frage, wie im Raum stand. Und jetzt zum Beispiel hier, Veku hat seine Tierlist geschrieben und die beginnt auch mit weiß. Weiß, dunkelrot, hellrot, grün, gelb, orange. Also wir haben hier einen, der ist auf weiß. Ja, orange ist auch Quatsch. Orange ist das zweitschlechteste, würde ich sagen. Okay, dann haben wir hier Zebo, der sagt, weiße sind die besten. Wir haben wirklich richtig viele, die sagen, weiße sind die besten, Bro. Ja, sind Psychopathen. Sorry, mal wieder. Psychopath, wer das schreibt. Ey, dann hatte ich vielleicht noch einen Interessanten, den ich kurz vorlesen würde. Der ist einen Tick länger, aber da ging es um das Thema, wie Zocken so in der Gesellschaft angekommen ist. Kannst du dich erinnern? Das ist ja auch so ein bisschen Mainstream geworden. Genau, wir hatten über das Thema Zocken gesprochen und ich meinte, dass es ein bisschen mehr jetzt Mainstream ist, durch vielleicht auch so Fortnite, Leute wie Ninja, Drake und so. Genau. Zocken ist basically cooler geworden. Und da hat, Karo Hemd hat kommentiert, Hate incoming. Ich bin 26 und in meinem Umfeld, und ich selbst sehe es auch so, findet man jeden so ab 28, der noch nennenswert viel zockt, sehr weird. Es ist einfach komisch, ab einem gewissen Alter sich mit sowas zu beschäftigen. Ich finde es total infantil. Das als Unterschied zu vielen anderen Hobbys. Es ist für mich so, wie wenn jemand mit 28 als Hobby auf seinem Bobbycar rumfährt. Also ja, soll er machen, wenn es ihm gefällt, schadet keinem. Aber naja, habt da meine Meinung. Und wenn Leute anfangen mit, ja, Zocken trainiert Reflexe und so weiter, dann kommt mir echt mein Essen wieder hoch. Generell mit erwachsenen Leuten, deren Haupthobby Zocken ist, kann ich null connecten. Ja, also, boah, weiß ich nicht, ja, Haupthobby ist schon, würdest du sagen, dein Haupthobby ist mit 28 Zocken? Mann, ich weiß nicht, mein Hobby ist halt ums Zocken halt auch drumrum. Also halt contentraten, das beinhaltet bei mir aber schon viel Zocken. Und selbst wenn ich in meinem alten Job geblieben wäre, würde ich trotzdem unter der Woche oder am Wochenende mich auch mal hinsetzen. Und sei es mal, Digga, eine Runde CS oder whatever, würde ich schon sagen, das Zocken mir noch echt viel Spaß macht. Also ich glaube, würde ich nicht streamen und so, wäre Gaming wahrscheinlich ein weitaus geringerer Part meines Lebens, als es jetzt ist. Weil ich einfach gerade, je älter ich werde, merke, boah, ich habe einfach Bock, einfach nicht innen drin zu sitzen. Vielleicht auch liegt es an Covid, dass es vorbei ist. Ich will gerade rausgehen, ich will gerade shit machen, ich will segeln gehen, ich will falschem springen gehen. Ich will diese ganzen Möglichkeiten nutzen, ich will zum Formel 1 gehen und mich danach haten lassen auf YouTube. Das liegt aber auch daran, dass du halt sieben Jahre jeden Tag, acht Stunden, neun Stunden in deiner Budesatzung gezockt hast. True, true, true. Aber was ich sagen wollte, also ich würde so oder so immer noch zocken, weil ich finde, gerade in unserer Friendgroup mit meinen Berliner Jungs, wir wären niemals noch so connected, wie wir es heute sind, wenn wir nicht irgendwann mal zwischendurch auch zusammen gezockt hätten. Weil es war manchmal so, jo, jemand von uns geht nach Hamburg, jemand von uns geht nach Frankfurt, jemand von uns geht jetzt in meinem Fall nach Köln. Gut, jetzt gerade in Köln habe ich jetzt nicht so viel mit denen gezockt und so, weil die jetzt gerade mehr auf ihrem Wir-Rauchen-Weed-den-ganzen-Tag-Filmen sind. Aktuell, aber es ist eine kurze Phase nur. Es ist eine kurze Phase, fünf Jahre hat oder so. Liebe Grüße. Shoutout an die Jungs. Aber auf jeden Fall, zocken hat sehr, sehr oft unsere Friendgroup auch so ein bisschen zusammengehalten, weil gerade als Guides habe ich das Gefühl, geht man jetzt nicht so hin und telefoniert mal einfach so. Aber so war es halt so, irgendwie haben wir telefoniert, aber halt im Teamspeak, vor und nach den Runden CS. Oder manchmal hat man sich zum CS-Zocken verabredet, hat dann aber nur zwei Stunden gelabert. Ja, eben, man labert doch die ganze, wie du sagst, voll oft, dann zockt man so ein Game und denkt so, ja, lass mal einfach nur chill und labern. Ja, lass mal ein YouTube-Video gucken oder so, dann chillt man einfach. Safe, das ist ein sozialer Aspekt, richtig, richtig groß. Voll, voll. Also ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied zwischen Leuten, die das halt so, ne, so hier und da mal machen und Leuten, die dann wirklich, also ich check, was gemeint ist. Wenn man jetzt mit 28 vielleicht von früh bis abends noch zwölf Stunden irgendwie World of Warcraft zockt, whole day. Jetzt machst du aber, jetzt machst du gerade RTL-mäßige WoW-Frame hier. Aber Bro, ich check das irgendwo. Also ich fände es auch weird, wenn jemand mit 28 keinen Job hätte und von früh bis abends WoW spielt. Okay, wo kommt, dass es kein Job ist, ist es auf einmal gerade hier? Oder ich fände es auch weird, wenn jemand von seinem Job nach Hause kommt und eine Minute danach immer noch World of Warcraft danach bis Ende des Tages spielt. Und so sieht jeder einzelne fucking Tag aus. Weiß ich nicht. Ich würde es so sagen. Ich, wenn jemand einfach, also wenn jemand zum Beispiel seinen Job hat und sonst auch so im Leben steht, also er zahlt seine Rechnungen, weißt du, er kommt klar, alles ist cool, er geht mal einkaufen, er geht auch mal ein Wochenende mal feiern und so. Aber an sich, er ist so ein fertiger Mensch, alles ist cool bei ihm, aber er hat einfach übelst Bock, all day WoW zu zocken, wenn er kann. Dann würde ich mit dem auch safe, richtig gut connecten können. Okay, okay, ich meine mit weird, ich glaube, weird muss ich zurückziehen. Ich finde es nicht weird, es wäre wahrscheinlich nur nicht eine, okay, jetzt erstmal weiter, aber ich glaube, es wäre nicht so das, was mich erfüllen würde. Ja, okay, gut, es muss ja nicht sein, aber das, was zum Beispiel du gerade machst, würde mich, glaube ich, auch nicht so richtig erfüllen. Und andersrum maybe, genauso. Weißt du, das ist ja auch jetzt, ich verstehe auch so ein bisschen, worauf du raus willst. Ich möchte nur sagen, man darf nicht, glaube ich, auch immer direkt, wenn man halt sowas hört wie 28 und noch zocken, halt direkt so auf diesen Stereotype, so Social Weirdness. Ja, ich glaube, das habe ich gerade gemacht. So ein bisschen riesig ist auch aus dem Kommentar, der hat uns auch so ein bisschen hingelockt. Tutu, tutu. Aber ich habe gerade den Fehler gemacht, ich bin gerade genau auf diesen Stereotype gegangen. Genau, so einer, keine Ahnung, Digga, der hat irgendwie auch Stressern mit irgendwie Finanzamt und irgendwie die Brude verschimmelt und so. Aber es gibt ja auch einfach den, der hat alles im Griff, aber er hat einfach mega Bock zu zocken, man, das ist voll sein Ding. Bro, keine Ahnung, man, also ich will jetzt auch nicht den Kommentator hier so krass hinstellen und vielleicht ist es bei ihm auch nicht so. Aber, Bro, wenn du jetzt einen Freundeskreis hast, wo ihr jedes Wochenende euch ins Koma sauft, ist es nicht cooler. Also es ist nicht cooler dann dadurch so. Okay, es kann aber halt auch, kann ja auch sein, dass es, vielleicht sind das hippe Boulder-Jungs. Ja, ich meine es gar nicht auf ihn speziell, aber so, also guckt auch mal ein bisschen auf euch, bevor ihr direkt so, ah, guck mal, der zockt nochmal an. Ja, was macht ihr denn? Weißt du so, vielleicht, also ist es denn cooler, was ihr macht so? I don't know. All right, wir kommen zu unserem Format. Ich habe sehr Bock. Hier kommt ein frischer mit BMW reingefahren. Ich möchte kurz eine Sache sagen. War schon ein Siebener, oder? Okay, Dominik, guck dir gerade ein Auto an, was vorbeigefahren ist. Bist du bereit jetzt, oder? VW Wolfsburg, ja. Okay, also Freunde, wir haben ein gutes altes Format, was wir natürlich komplett selbst erfunden haben. Classic. Nee, Freunde, aber ihr kennt es vielleicht von TikTok, oder ich glaube auf Twitter ist es auch super huge, dass man so sagt, yo, sie oder er ist eine 10 aus 10, aber so. Okay, wir müssen kurz festlegen, was heißt 10 aus 10? Heißt 10 aus 10 einfach optisch oder auch mit Charakter so vom Ding? Bis auf die eine Sache halt. Ja, genau, weil alle Sachen, die man sagt, sind ja Charakter-Traits. Meistens. Oft, 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 oft. Es gibt natürlich auch sowas wie ein 10 aus 10, aber hat nur irgendwie ein Bein oder sowas, aber ich glaube, die werden wir heute nicht machen. Ich würde sagen, 10 aus 10 wirklich im Sinne von Optik, also so deine Traumfrau und schon auch Charakter, also eigentlich alles ist perfekt. Okay, also eigentlich alles ist perfekt, außer diese eine Sache. Genau, und es kommt diese eine Sache jetzt, genau. Okay, ich möchte dazu eine Sache vorher sagen, damit ihr kurz mal checkt, wer sich hier mehr Mühe gibt für den Podcast. Wir meinten gerade, dass wir das jetzt machen heute und Dominik hat jetzt einfach 10 Fragen aus dem Internet gescreenshottet und ich habe 10 Fragen aus meinem Kopf mir ausgedacht. Stimmt nicht ganz, ich habe mir ungefähr 200 gescreenshottet und werde es einfach gleich live die Beste auswählen, je nachdem, was wir auch schon hatten und so. Okay, willst du also anfangen? Ich würde sagen, ich habe das smarter gemacht. Okay. Ja. Okay, und by the way, wir haben auch gesagt, wir machen nicht nur diese 10er-Geschichten, sondern wir machen auch mal zum Beispiel dieses eine 5-Aber oder so. Genau, genau, also quasi das Umgekehrte. Ja, und das meinen wir natürlich jetzt nicht abwerten oder so. Doch, wir meinen es sehr abwerten, bitte cancel uns weg. Sondern einfach vom persönlichen Geschmack her gesehen quasi. Boah, meine erste Sache wird so viele Leute triggern, aber fang erstmal an. Okay, aber ich starte direkt mit einem Spicy, okay? Sie ist eine 10, aber sie hat einen Onlyfans. Oh, okay, was macht sie? Das ist, weil man denkt, in sind so, da sage ich jetzt nein. Nee, denke ich nicht. Oder ja, oder Kevin, gut, Kevin ist sehr liberal. Äh, was macht sie auf dem Onlyfans? Also macht sie, zeigt sie nur Tits zum Beispiel, so wie es halt übelst viele Girls machen. Also habe ich gehört, shout-out von der Freundin. Also nicht, dass sie das macht, sondern egal, mach einfach weiter, bro, holy shit. Jesus Christ. Sie macht auf dem Onlyfans jetzt kein Hard-Porn, also ist kein Gefacke. By the way, wenn ihr da Empfehlungen habt, schickt mir gerne rum. Unsere letzten zwei Podcasts waren demonetarisiert. Und Dominik sagt, Alter, wie Hard-Fuck. Mal schauen, ob der scheiß Algorithmus ist, verstehe ich gar nicht, du Pisser. A zu Englisch. Aber sie macht es nicht nur so, sag ich mal, so ein bisschen im Bikini-Pick, sondern es sind schon, es ist schon Soft-Porn. Also es ist schon auch vielleicht so Sales-Befriedigungs-Shit. Hm, okay, okay. Und das hat sie auch schon gemacht, bevor ich sie kannte, oder hat sie in der Beziehung damit angefangen? Sie macht es schon, bevor, sie macht es schon eine Weile. Cool. Ansonsten ist alles perfekt. Aber du sagst halt wirklich, du bist halt, du hast sie gesehen, oder Amor hat geschossen. Amor hat geschossen, Amor hat getroffen. Der hat geschossen und getroffen, wirklich tief in dein Herz. Du sagst so, dass die Traumfrau, deine Eltern haben sich auch schon gesehen, alles, dann sagen, super, super, keiner weiß auch so richtig von diesen Onlyfans. Und jetzt bist du da und musst damit irgendwie umgehen. Und die rosa-rote Brille ist so ein bisschen weg und du denkst jetzt gerade so ernsthaft drüber nach. Also ich weiß nicht genau, ob es mich stören würde, wenn es dann so wäre. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen so eine 9. Wirklich? Ich glaube, das würde mich nicht so crazy stören. Guck mal. Ich glaube, NoJock, wenn es jetzt nur so oberkörperfrei wäre, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel mal so was von Corinna Koff zum Beispiel gesehen hast, falls du nicht, dann ey, bro, ich auch nicht. Auf so gewissen Reddits. Ja, genau. So, wenn es auf dem Level ist, ich glaube einfach trotzdem 10. Würde mich nicht jungen. Guck mal, ich hau jetzt mal einen krassen Take raus, vielleicht checkt ihr das, vielleicht ist es aber auch nur in meinem komischen Kopf gerade. Ich weiß, was du sagen möchtest. Du willst jetzt sagen? Ja, lass es mich doch sagen. Nee. Okay. Willst du es predikten? Dann sag es aber schnell. Ich will es predikten. Ich denke, dass du sagst, dass der Grund, warum sie Onlyfans macht, wichtig ist. Nee. Okay. Aber es ist echt schon ein Punkt. Weil ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, es ist zum Beispiel wichtig, ob sie es für die Knete macht. Oder für die Familie. Für die Familie. Oder ob sie es halt so mäßig macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen von anderen Typen oder so. Ich mache es für Herr Flink, mein Physiklehrer. Ja, okay, das ist schon ein Punkt. Nee, was ich sagen wollte ist, und das ist vielleicht jetzt ein sehr weird Take, aber wenn ihr es fühlt, dann schreibt es in die Kommentare vorne. Schreibt allgemein sehr gerne in die Kommentare, was ihr zu den einzelnen Sachen denkt. Das würde mich sehr, 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 sehr interessieren. Wir nennen sie jetzt in unserem Beispiel Ella. Und dann könnt ihr schreiben, zu Ella Doppelpunkt würde ich das nur so sagen. Das macht gar keinen Sinn, damit wir uns zu jeder Scheiße einen Namen ausdenken. Boah, ist ja unfassbar schwierig, weil es gibt ja nur drei. Guck mal, mein Take ist der. Ja, diese Sache, die hier quasi die vermeintliche Problematik darstellt, ist eine Sache, die ich ja eigentlich hot finde. Versteht ihr? Also es ist jetzt nicht sowas, wie wenn ich zum Beispiel sage, sie ist eine 10, aber sie scheißt mir jeden Tag einmal in den Flur. Jetzt sage ich die nächste Frage, Spoiler, egal. Nee, aber versteht ihr? Wischbapp aus 10? Nein, da würde man ja sagen, gut, muss ich mir mal überlegen, weil das ist schon ein bisschen krass, sondern eigentlich irgendwie oben ohne Shit, Bilder, Nudes, whatever. Das ist ja, wenn du es jetzt bekommen würdest, also das ist alles daran, ist ja hot und das ist für dich deine Traumfrau, das heißt irgendwie ist es hot. Die einzige Problematik ist hier, dass es halt auf einer Plattform ist, wo es halt auch andere sehen können so. Das ist halt nochmal so ein, weil das ist, also weil eigentlich das Problem, ich finde es gibt kein Problem vom Ding her und immer wenn ich drüber nachdenken würde, wäre ich unfassbar horny die ganze Zeit, wenn ich drüber nachdenke. Okay, ich sag mal, bin ich auch so. Aber dieses einfach, dass es andere Typen sehen und vor allem, dass es halt noch so verkauft und gegeiert wird irgendwie, das würde für mich eine 10 zu einer, ich muss ehrlich sagen, wenn es die Soft-Porn und so Shit macht, dann muss ich sagen eine 7. Crazy, okay krass. Aber check ich auf jeden Fall. Da gibt es glaube ich, ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn es dann so wäre, you know. Aber so vom Feeling her, also keine Ahnung, ich sage zu meiner Freundin zum Beispiel oft so, dass sie, also so manchmal schickt sie mir so Bilder vom Einkaufen und dann sagt sie so, jo, wie findest du das Oberteil? Ich habe mit Flur geschissen. Und dann sage ich so, top, nice. Elf. Ich habe nur elf zurück. Naja, dann schickt sie mir so Bilder vom Einkaufen oder so, wo sie shoppen ist mit ihren Girls oder so und dann hat sie so ein Oberteil an, was zum Beispiel super freizügig ist. Weißt du? Und dann sage ich so, jo, ist mega nice. Und dann sagt sie so, ah, ich glaube, das ist ein bisschen too much, damit sehe ich dann halt ausmäßig wie so eine Hoe oder so. Und. Dann sagst du geil. Ja, dann sage ich halt so, ich motiviere sie mäßig dazu, sage so, hey, du kannst so rumlaufen, du siehst nice ist da drin, so, zieh das ruhig an. Ja. Weißt du? So gerade, wenn man feiern geht oder so, finde ich es voll nice, wenn man so ein bisschen vielleicht. Worauf willst du gerade hinaus? Ich bin gerade zu dumm. Ich habe kein Problem damit, wenn meine Freundin sich freizügig anzieht. Okay, und deswegen halt auch dieses Onlyfans-Ding, wenn sie freizügig dort wäre. Ja. Ja, aber es ist auch trotzdem ein Unterschied, ob sie freizügig sind, einfach mal zum Beispiel abends dann essen geht oder feiern oder ob es halt einen Online-Dienst gibt, wo du halt weißt, jeder Mann, der da ist, der ist ein perverses Schwein, übertrieben gesagt. I guess, ja. Und kauft das für money. Also, Ro, ich sage dir, wenn es nur Unterwäsche wäre, okay, also wir reden wirklich nur, sie hat so, so basically, du kennst so dieses Average, wie ich immer sage, das Front-Page-Instagram-Blonder-Girl, was gerade die Lounge-Underwear-Placement macht. Wenn es solche Bilder wären, also quasi einfach nur in so Dessous, aber immer quasi alles bedeckt, 10, würde mich gar kein Prozent jungen. Hätte ich gar kein Problem. Müsste ich in der Situation schauen, ich glaube, damit könnte ich klarkommen. Ich glaube, ein Teil, das ist auch noch so ein Aspekt, der ich in meinem Kopf habe, ein Teil von dieser Frage ist ja auch, wie weit wäre ich in diesem Fall bereit, also weil ich würde sagen, es würde vielleicht erstmal zu einer 7 machen, aber wie weit wäre ich bereit, vielleicht an mir zu arbeiten, dass es mich nicht mehr so stört. Checkt ihr? Das kann ja auch noch ein Aspekt sein, dass ich sage, zum Beispiel durch Therapy oder whatever, sage ich, ey, irgendwie habe ich damit ein Problem, was wahrscheinlich auf eine Unsicherheit schließt, vielleicht kann ich daran arbeiten und vielleicht komme ich dann irgendwie an den Punkt ja, dass ich sage, hey, meine Traumfrau ist da, es bleibt eine 10, ich habe keinen Stress mehr damit. Bro, wir müssen unbedingt zu der nächsten Frage kommen, Alter. Ich habe 10 Sachen aufgeschrieben, die gehen sonst niemals alle durch. Cliffhanger. Weißt du, was wir machen? Man kann auf YouTube doch so einen Kanal für Geld abonnieren und wir machen jetzt drei, vier Fragen und der Rest ist dann im Kostenbereich. Boah, ich habe schon voll oft darüber nachgedacht, ob wir Exclusive-Podcast machen sollten. Ein Podcast macht das und es läuft sehr gut bei denen. Ich weiß aber immer nicht, ob das so ankommt. Wir könnten es ja mal testen. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr es feiern würdet. Wenn man so sagt, man macht eine halbe Stunde Folge extra die Woche oder so mit so irgendwas. Ja, oder nach dem eigentlichen Cut geht es irgendwie noch weiter. Ja, irgendwie so Bonus-Content, wo die anderen nichts verpassen dann, aber trotzdem. Ja, genau. Egal, auf jeden Fall würde mich mal actually interessieren, ob wir es machen oder nicht, ist ja mal dahingestellt. Aber rein hypothetisch würde mich das sehr interessieren, wie ihr das finden würdet. Und, ähm, alright, pass auf, das wird jetzt viele triggern. Sie ist eine 10, aber sie hat ein Android-Phone. Und ich möchte, bevor du sagst... Was für ein Android-Phone ist es? So ein Huawei, so ein Huawei. Okay, und bevor ich antworte, möchtest du was sagen? Nee, nee, nachdem du antwortest, sag mal einfach nur eine Zahl kurz. Ja, 10. Okay, und jetzt pass auf, jetzt erweitere ich die Frage. Oh mein Gott. Ich predikte jetzt, ich predikte jetzt auch. Ja, ist richtig. Du wirst jetzt sagen mit der Schriftart. Ist richtig, genau. Sie ist eine 10, aber sie hat ein Android-Phone mit Comic-Sense-Schrift. Ja, Digga. Bro, ich sag ehrlich, auch jetzt nicht, weil ich früher Android-User war und so, blablabla. Ich glaube, da würde ich drüber hinwegsehen schon. 9,9. Soll ich dir sagen? Also, einfach sie ist eine 10, aber sie hat ein Android-Phone, wäre für mich eine 7. Du bist so mal labern, Bro. Bro, wenn deine Freundin jetzt ein Android-Phone hätte, wäre sie eine 7 für dich? Auf jeden Fall, ja. Ich sag dir, umgekehrt, umgekehrt. Ich wäre für sie auch eine 7, wenn ich ein Android-Phone hätte. Das Ding ist halt, wenn du ein Android-Phone... Das ist ein Telefon, Bro, was? Es kommt drauf an, warum du ein Android-Phone hast. Das ist so, wenn man sagt, hey, Bro, wenn du Winterreifen hast, bist du eine 7 oder was, hä? Ey, warte mal, ich hab Winterreifen, schlimmer. Ja, ich auch. Scheiße. Ich verstehe, dass ich da mit vielen auf den Schlips trete, aber in meinem Kopf ist ein... Guck mal, wir reden jetzt nicht davon, jemand ist Broke und kann sich nur irgendwie eine Nokia 3310 leisten oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, sagen wir mal, jemand hat unlimited Geld und entscheidet sich dann für ein Android-Phone. Weißt du, was ich dann fragen würde? Was? Warum? Und je nachdem, wie gut die Antwort ist, würde ich es für mich in Ordnung finden. Genau, wenn die Person mir jetzt als Antwort gibt, weil ich es schöner finde, dann spricht es gegen... Guck mal, ich finde, meine Freundin muss ästhetisch sein. Ich muss diese Person ästhetisch finden und Android-Phones, by God, sind nicht ästhetisch. Und dann, wenn es Comic-Senses 3... Von der Optik des Telefons, von der Hardware oder vom... Nicht von außen, es geht mainly um die Software. Ich weiß, da gibt es einfach zwei Meinungen, aber ich finde, iPhones sind optischer, einfach ästhetischer. Ja, sind sie auch. Ich diskutiere doch mit dir über die Ästhetik. Und Ästhetik finde ich mega nice. Ich finde, eine Frau muss in meinem Kopf ästhetisch sein. Meinst du das gerade ganz, ganz ernst? Meinst du das gerade ganz ernst? Ja, ich meine es mal ganz ernst. Dass es für dich eine 10 zu einer 7 machen würde, nur wegen einem Telefon. Okay, sagen wir... Ich weiß, das klingt dumm, aber es ist nicht nur das Telefon. Ich denke gerade, du machst Gag. Nein, 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 was du verstehen musst, es geht für mich... Okay, wie soll ich sagen, wenn sie bei allem anderen, wenn sie bei allem anderen wäre sie ästhetisch, dann wahrscheinlich trotzdem 10. Aber in meinem Kopf ist es eine Kette. In meinem Kopf ist es, du hast ein Android-Phone, dann ist es in meinem Kopf auch, du ziehst dich vermutlich tendenziell schlechter an. Du hörst tendenziell schlechtere Musik. Ich weiß, das klingt fucking dumm, aber in meinem Kopf macht es Sinn. Ey, Mike, macht euer Ding in den Kommentaren einfach. Brody, ich werde mich so haten, Bro, aber fuck it. Ich meine, also wenn es deine ehrliche Meinung ist, okay, dann wird ja auch nicht kritisiert. Ja, vielleicht bin ich auch einfach ein krankes Konsumopfer, aber ich finde, wenn man jetzt wirklich, man lässt wirklich den Preis außer, wie sagt man das, außer Acht. Außer Beachtung. Ja, es geht wirklich nur darum, jemand hat unlimited Geld und entscheidet sich bewusst für ein Android-Phone. Wieso? Es gibt für mich keinen Grund. Ja, okay, okay, guck mal, aber ich finde, du vermischst hier voll viele Sachen. Also, ich würde diese Gründe, die du gerade zählst, würde ich dir alle zustimmen. Aber das ist, für mich ist es nicht so, insoweit eine charakterliche Frage, als dass es irgendwie an der Bewertung von, wenn ich wirklich sage, eine Zehn, das ist so die Frau, Digga, perfekt, alles ist perfekt, dass ich sage, diese Sache hat irgendeinen Impact da drauf. Ja, okay, ich sage mal, auf sieben Unterstuben ist vielleicht ein bisschen wild, aber sagen wir auf eine Acht, das wird auf jeden Fall was mindern. Finde ich crazy. Aber ist es dann bei dir auch sowas zum Beispiel mit, was für ein Auto fährt sie? Nee, nein. Müsst ihr dann ähnlicher sein? Boah, nee, ich finde, Autos ist mir halt nicht wichtig. Ich finde, Autos nicht. Aber du hast doch zum Beispiel dein Auto auch nach Ästhetik ausgewählt, oder? Ja, aber ich. Okay, ich glaube, bei mir wäre es eher. Das ist irgendwie was anderes. Bei mir wäre es eher Auto. Ja? Ja, ich glaube. Sie sind nur zehn, aber sie fährt ein. Das Ding ist halt, das ist halt auch bei Autos, guck mal, bei Autos denke ich mir halt oft so, guck mal, so ein Handy kriegt man eigentlich gefühlt heutzutage eigentlich so easy hinterher geschmissen. Aber ein Auto kann man halt oft aus Money-Gründen auch einfach ein einfacheres holen. Aber sagen wir mal zum Beispiel, einfach mal als Beispiel, ich habe 30.000 Euro, oder halt ich mache Leasing oder Finanzierung, aber wir sind in dieser Preisklasse, da kann ich mir ein Auto holen von BMW oder von mir aus auch von VW. oder ich kann mir halt ein Auto holen von Peugeot. Pass auf, ich habe ein krasses Beispiel. Und Peugeot wäre für mich, da wäre ich eher bei der Android-Thematik. Okay, krass. Aber guck mal, da haben wir es ja, dass du das auch irgendwie in deinem Kopf verbindest mit irgendwie keiner Ästhetik oder so. Ja, I guess. Pass auf, ich sage dir, wenn mein Girlfriend jetzt so einen Tuner, also in meinem Kopf, sorry, da greife ich jetzt noch eine Bubble an. Opel-Tuner. Ja, diese alte BMW-Tuner. Nee, die sind cool. Die so einen Hackspoiler haben. Nein, die möchte ich nicht. Wenn mein Girlfriend sowas fahren würde, fände ich mega ungeil. Kevin, bei uns ruft bald Autohaus an, dass irgendwas, wir dürfen nicht gegen BMW sein. Warum? Ja, die stechen uns die Reifen ab oder so. Ja, und checkst, was ich meine. So diese Autos, die halb auseinander fahren und die dann auch so getunt werden. Bei mir sind es im Kopf immer Opel. Bei uns im Dorf gab es auch richtig die Opel-Tuners. Die haben so immer an ihren Autos geschraubt, mit so Sprühdosenlack aus dem Baumarkt, so lackiert und so. Ganz, ganz wilde Sache. Ja, also die finde ich halt nicht ästhetisch, die Autos. Aber das ist halt im Auge des Betrachters, so alle meine Homies zum Beispiel, inklusive dir anscheinend, finden die übelst geil, diese BMW, diese Getunen. Ja, ich würde es jetzt nicht fahren. Kommen wir zum nächsten Rättsmann. Ich habe mir sehr abgepockt, als diese Siebener hier gerade reingefahren ist. Hau die nächste Frage raus, Amigo. Okay, Mashallah, Bruder. Wie ein Löwe hast du gesprochen. Wie ein Löwe. Sie ist eine Zehn, aber sie kommt nicht zu dir, wenn es ihr schlecht geht. Boah. Boah, jetzt sagt diese Webseite, hat mich betrogen oder nicht? Boah, das ist eine stronge Frage. Ich muss aber ehrlich sagen, die habe ich ein bisschen gefreestylt, war auf der Webseite, stand es komisch und ich habe es besser gemacht. Ey, da merkt man einfach, dass es ein guter Podcast ist. Und ich habe es sogar noch von Englisch auf Deutsch übersetzt, Freunde. Dafür ein Like mal da lassen. By the way, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal bitte. Ja, mach doch mal jetzt. Okay, sie ist eine Zehn, aber sie kommt nicht zu mir, wenn sie... Oder wenn es ihr schlecht geht, weißt du so? Ja, dann geht sie so zu ihren Eltern, zu ihrem Freund oder zu ihrer Freundin. Das könnte eine Sache sehen, wie man es interpretiert. Maybe aber auch, dass sie einfach gar nicht drüber spricht. Einfach so, du merkst, es ist was. Und wir beide sind ja eh, ich weiß nicht, wie das ist mit deiner Freundin, aber bei meiner. Ich merke schon, bevor sie merkt, dass sie schlecht gelaunt ist, merke ich es. Ich sage dann schon mal so, ey, ist irgendwie gerade was oder bist du schlecht drauf? Ich fühle mich da manchmal richtig nervig, weil ich merke es zu 100 Prozent. Und dann kommt sie so, nee, ist alles gut, warum? Und ich merke so, Digga, das ist fucking gelogen. Ja, und dann so eine Stunde später kommt dann raus, warum. Aber sie hat es selber zu dem Punkt noch gar nicht gewusst. Also für uns wäre das ja so, dass wir halt merken würden, es ist ein Problem und vielleicht ist es auch nicht nur mal so, weiß ich nicht, weil es so an einem Tag mal schlecht gelaunt ist, sondern wirklich irgendwas schon, wo man struggelt. Aber sie kommt einfach nicht zu dir damit. Und sie würde dich jetzt auch nicht anlügen. Wenn du jetzt so richtig sagst, ey, jetzt sag mir, sag mir, sag mir, dann würde sie es dir vielleicht sagen. Aber wenn du wüsstest, wenn du nicht fragen würdest, würde sie nicht zu dir kommen, um Hilfe zu suchen. Hm, das ist eine schwierige. Also ich meine, so ein bisschen ist es vielleicht so mit meinem Girlfriend jetzt, aber nicht ganz so krass. Also wenn sie irgendwelche Probleme hat, dann kommt sie schon zu mir so. Ja. Aber sie ist halt mehr so jemand, der so alles in sich hineinfrisst. So genau das Gegenteil von dem, was ich halt vielleicht bin. Wenn ich ein Problem habe, dann bin ich immer so, ich erzähle es dann gleich vier Leuten oder fünf Leuten, jo, gerade ist alles scheiße. Sodass ich manchmal schon denke, boah, jetzt gehe ich den Leuten damit irgendwie auf den Sack. Aber die Realität ist halt, man geht den Leuten damit nicht auf den Sack. Also, ne, also, vielleicht auf einem bestimmten Punkt, aber am Ende des Tages sind es dann halt auch, genau, dann sind es auch nicht deine Freunde so. Und ich sage halt immer, dass sie halt immer mit allem halt so zu mir kommen kann. Und das ist halt was, was sie halt vom Ding her sehr gerne, vom Herzen her möchte, aber manchmal nicht kann. Checkst du? Also das ist was, das versucht sie halt zu lernen gerade so. Okay, sie arbeitet an sich, ja. Genau, deswegen würde ich da trotzdem einfach zehn sagen. Aber wenn es jetzt so grundsätzlich ist, weil das ist dann so eine Art, wenn sie es von sich aus nicht will, dann ist es so eine Art Vertrauensbruch. Oder? Dann ist es halt eine Drei. Sagen wir, es ist so wie bei dir, also dass sie es jetzt nicht absichtlich nicht macht, aber dass sie auch jetzt nicht daran arbeitet oder daran arbeiten will. Ja, Drei. Krass. Das ist übelst wichtig, Mann. Ich finde es so wichtig in der Beziehung, dass man einander hilft bei allem, aber halt auch bei so mentalen Sachen. Real Talk, ich glaube, ich muss halt so konsequent sein und sagen, auch sogar null. Vielleicht auch null, ja. Im Sinne von, weil das A macht es eine Person für mich extrem unattraktiv. Ja. Sowohl, also gut, optisch, man glaubt, Optik ändert sich nicht, aber einfach wie du das wahrnimmst so, beziehungstechnisch. Bro, Optik ändert sich subjektiv auf jeden Fall bei sowas. Ja, aber also ihre Optik ändert sich ja nicht, aber deine Wahrnehmung auf die Person ändert sich. Okay. Beziehungstechnisch wäre das für mich ein sofortes, also ich würde es halt ansprechen und vielleicht kann man ja sagen, ja, ich weiß, das ist ein Struggle und ich arbeite dran und wir haben. Ja, aber wenn nichts kommt, dann kommt. Aber wenn keine Bereitschaft da ist, Bro. Uh. Okay, pass auf, ich habe jetzt eine von diesen reversed Fragen. Okay. Lass noch eine mal zum Abschluss, ja. Zum Abschluss, Bro? Ich habe noch sieben weitere. Wir sind halt bei einer Stunde jetzt schon. Nee, wir machen länger heute. Halten die Akkus, meinst du, du musst schreien, ja? Wir machen überlänger heute. Okay. Das ist eine längere Folge XXL Pokers. Ach, du Scheiße, geil. All right, pass auf, sie ist eine Sieben, aber sie ist die lustigste Person, die du kennst. Der hat dann 100 pro Zehn. Ja? Instant, ja. Okay, doch. Ich würde sagen neun. Aber ja, finde ich auf jeden Fall... Okay, ja, von neun oder zehn. Aber so Humor boostet so viel, Bro. Und sieben ist ja trotzdem, dass ich sage, da bin ich schon attracted dazu. So, schon gut attracted dazu. Und der Rest ist... Das könnte man ja auch in Reverse stellen. Sie ist eine Zehn, aber sie ist überhaupt nicht funny und checkt keinen Humor und gar nichts. Würde ich noch überhaupt nicht funny, würde ich auf drei oder so setzen. Stellt ihr vor, ihr guckt irgendwie sowas zusammen, irgendwas Lustiges, TikToks, whatever. Und so, sie checkt einfach nicht. Ich so, hä, check ich nicht oder so. Boah, Junge, das ist ja so schlimm, drei. Ja. Ja, war auch same. All right, nächste. Wir machen den schnellen. Okay. Ich mache auch mal den Reverse, okay? Ja, Mann. Die hole ich jetzt spontan hier raus. Boah, ich finde, diese Reverse-Suppers sind manchmal so ein bisschen gemein. Gemein, ja. Weil man halt, sonst hat man halt, siehst du eine Zehn so, dann kann sich jeder halt eine schöne Frau oder einen schönen Mann vorstellen. Aber wenn man sagt, eine Sieben, dann denkt man direkt an so einen hässlichen Menschen so mäßig. Und das ist voll gemein irgendwie, ne? Ist ein bisschen so Buddy-Shame-mäßig. Ja, so, ja. Weil was ist ein hässlicher Mensch so? Ja, aber gut, egal. Na gut, nee, ich meine, es ist ja eher nur von der subjektiven Wahrnehmung. So ist subjektiv, ja. Also so, ne? Jeder hat das seinen Geschmack. Ja. Okay. Vielleicht eine relativ simple, mal schauen. Sie ist eine Sechs, aber sie hat sehr viel Geld. Also ich dachte, sie hat sehr große Brüste. Also. Zehn. Können wir auch machen. Okay, sie ist eine Sechs. Hier steht, hier steht, letztendlich, sie ist vier, aber hat einen fetten Arsch. Gibt's hier auch. Wäre für mich halt dann auch inzelt eine Neun oder Zehn. Acht oder Neun. Team Arsch, Freunde, schreibt's in die Kommentare. Sie ist eine Sechs, aber sie hat sehr viel Geld. Ja, die heißt, by the way, Lulila. Wir geben denen keinen Namen, Bro. Lula. Okay, sie ist eine Sechs und sie hat sehr viel Geld. Und sie würde dann immer so alles bezahlen wollen. Bro, sie, ja, ja. Sie ist unfassbar reich. Also sie hat so Company. So Milliardärin einfach. Ja, sie hat richtig viel Geld und so hat krasses Anwesen. Und sie ist auch so, dass sie sagt, oder wenn du Bock hast auf ein Auto, sag Bescheid, ich kauf dir. So, du kannst alles haben. Die nimmt dich mit zu ihren Freunden auf den Yacht-Clob-Party. Okay, und ich bin trotzdem ich zu meinem jetzigen Zeitpunkt? Nee, du bist ein Space Invader von 10.093, Bro. Und du hast dich gerade mit der Space Krippe angesteckt. Okay, dann zehn. Nee, also klar, es ist so alles, wie es ist, ja. Okay, weil ich habe jetzt eigentlich alles schon, was ich brauche, so vom Ding. Also klar, wäre es geil, irgendwie eine fette Butze zu haben oder irgendwie einen Ferrari 488 Spider in Schwarz. Oder so, weißt du, was ich meine? Aber das sind jetzt nicht alles Sachen, die mein Leben besser machen. Oder vielleicht schon, aber nur so Mühe. Trotzdem sechs. Wäre mir ein Scheiß. Okay, also ich bin da ehrlich. Ging es was zu meinem Mitstreiter? Und muss, also es wird jetzt für mich jetzt keine krasse Steigerung geben, aber ich sage ganz offen und ehrlich, da bin ich ehrlich, es wäre für mich schon, dass es auf eine Sieben oder vielleicht sogar eine Acht hoch geht. weil, dass sie das geschafft hat und sie ist nämlich keine reiche Erbin, sondern dass sie das geschafft hat, dass sie diese Company hochgezogen hat, der Kollege sieht es genauso, macht es für mich einfach irgendwie attraktiver und natürlich ist es auch hot, dass einfach dann jemand sagt, ey, lass mal mit dem Hummer ficken, weil ich habe einfach das Geld. Bro, warte mal, du bist gerade ein bisschen abgedriftet. Naja. Sie hat einen Dehn und er ist ein goldener Hummer. Okay. Habe ich das nicht gesagt? Nein, what the fuck, Bro. Ja, okay, das checke ich mit diesem, dass es irgendwie hot ist, dass sie diese Companies hochgezogen hat, dass sie, dass sie dieses Geld verdient hat. Also es ist nicht hot, dass sie Geld hat, sondern es ist hot, dass sie ein Business-Mogul ist quasi. Ja. Okay, check ich. Und auch, dass sie Geld hat, auch ein bisschen hot. Ist okay, I guess. Also ich würde sagen, vielleicht von einer Sechs auf eine Sieben, weil es heißt, dass sie so einen Drive hat und Drive ist cool. Ich würde sagen, von einer Sechs auf eine Acht. Okay, dann komme ich mit der nächsten um die Ecke, am Mygo. Sie ist eine Zehn, aber sie will, dass du sie einmal im Monat ankackst. Wo wir beim Flur kacken waren, ne? Sie ist eine Zehn, also sonst ist alles normal. Ihr habt normalen Sex, alles normal. Aber einmal im Monat musst du sie quasi so ankacken. Wie läuft das Ankacken ab? Das würde mich interessieren. Okay, ihr seid so im Schlafzimmer, sie liegt halt auf einem Mund und du kackst mal in ihren Mund oder so. Oh, nicht jetzt in der Badewanne? Okay, es kann sein, wo du willst. Okay. Aber es ist schon so ins Gesicht von ihr. Schon ins Gesicht? Und geht danach der Sex weiter oder nimmt sie sich die Zeit zu duschen, dass man nicht danach noch was riechen will? Ne, ne, ihr habt dann Sex quasi mit den Fäkalien. Aber es ist nur einmal im Monat, ansonsten ist alles 10 aus 10. Sex ist sonst 10 aus 10, ihr Charakter, ihr Humor. Da muss man sich wieder kurz einfach reindenken, dass wirklich einfach deine Traumfrau ist. Wenn ihr Zuhörer stellt euch wirklich die beste Frau der Welt vor oder den besten Mann der Welt so und das ist halt das eine. Weil sonst würde man nie sagen, ja, ist ja eklig, mach ich nicht. Aber Real Talk, wenn ich so meine Traumfrau darum bitte, also meine jetzige Freund natürlich, darum bitten würde, safe. oder Meghan Markle, darum bitten würde ich dir einmal ins Gesicht zu scheißen, würde ich glaube ich sagen, es wird 12. Ich weiß nicht, Bro, es ändert irgendwie an meiner Bewertung nicht so richtig was. Krass, also würdest du einfach 10 sein? Ich fände es erstmal befremdlich und eklig, aber irgendwie kann ich jetzt nicht so richtig sagen, dass ich jetzt sage, ja dann 8. Also man muss dazu auch sagen, sie würde das halt auch krass erotisch finden. Sie wäre krass horny dann. Ich meine, vielleicht finde ich es selber geil. Also ich habe es ja nie gemacht. Das ist auch eine Frage, ich glaube es macht es halt auch unfassbar mehr geil, wenn die andere Person das halt nice findet. Ja, wenn sie sagt, oh bitte, scheiß mich voll, Alter. Und sie sagt so, bitte am Tag davor ist den ganzen Tag nur Burger King. Und dann scheiß mir die Chili-Tease um die Ohren. Wenn die Folge nicht demonetarisiert wird, dann weiß ich auch nicht. Also vielleicht einen neuen, aber ich würde einfach sagen, ich finde ein bisschen wild, was du für eine Neigung hast, aber alles in allem appreciate ich die Scheißerei. Okay, dann machen wir weiter. Okay, ich habe auch was. Oder möchtest du noch sagen? Ich habe super viele, du kannst gerne, also was ich denke? Ja. Neun. Neun oder 8,5. Ja, checkst du, das würde ein bisschen das mindern, weil es halt schon nicht so mein Jam ist. Richtig, aber ich finde, es mindert jetzt nicht so richtig die Attraktivität an sich, sondern eher, dass man so sagt, okay, crazy, dass du auf sowas stehst. Ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall sehr viel für meinen Partner machen und mich da so ein bisschen, sag ich mal, wie sagt man das? Ich würde mich Kompromiss eingehen. Sexuell aus dem Fenster lehnen. Ein Schwarz aus dem Fenster halten. Okay, weiter geht's. Du machst die nächste. Sie ist eine 10, aber halt nur Jungs als Freunde. Oh. Okay. Und meinte auch richtig am Überlegen gerade da hinten. Das ist schwierige. Und das ist, warum? Versteht sie sich einfach besser mit Jungs? Also, sie sagt so, dass sie das nicht mit Absicht macht und dass es einfach halt irgendwie so gekommen ist. aber sie sagt auch so, ja, irgendwie mit Mädchen zicke ich mich immer an oder streite mich und mit Jungs ist es irgendwie chilliger. Okay. Das sagt sie so. Okay. Aber, okay, Frage, stehen ihre ganzen Jungsfreunde auf sie insgeheim? Gut, das ist ja natürlich, das ist ja immer so. Klar, obviel. Ist es immer so? Obviel. Es gibt keine Freundesgruppe, in der so ein Mädchen drin ist, wo nicht die Typen, ein oder zwei Typen auf sich steht. Immer. Okay, also im Grunde sind wir jetzt quasi, also meine Freundin ist quasi eine Streamerin und sie ist mit ihren zehn Discord-Mods befreundet. Oh, da kam gerade eine 200 Euro Donation rein, vielen Dank. Das sagt mir so, also diese Jungs, mit denen sie hängt, da hast du jetzt vom Gefühl, dass du von ein, zwei vielleicht jetzt schon eher als Konkurrenz angesehen wirst, als ihr Freund oder was ist so auf denen? Also, dass die schon so ein bisschen auge legen. Also, ich finde Freundeskreis von der anderen Person sagt halt unfassbar viel aus über die Person. Also so, so mäßig, so zeigt mir dein Freundeskreis, ich sag dir, wer du bist, so. Also, weißt du, findest du nicht? Doch, aber es gibt halt immer so, es gibt halt immer so auch Fälle, in denen man es halt nicht so sagen kann. Okay. Also was zum Beispiel, wenn jemand in der Schule krass gemobbt wird, wirklich keine Freunde hat, was sagt es mir dann über die Person? Naja, nix, aber ich meine, wenn du halt mit Leuten befreundet bist, die obvious halt übelst die Opfer sind, die Opfer sind, dann, ich kann gar nicht reden, wenn du mit Leuten befreundet bist, die obviously übelst die Opfer sind, dann bist du höchstwahrscheinlich auch ein Opfer. Ja, okay. Also sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn du jetzt zum Beispiel mit zehn Casino-Streamern befreundet bist, oh no, nee, komm, lass mir. Bro, wir haben zu, cancel dem, Scheiß drauf. Lass den nicht ausführen, Digga. Einen von den beiden hasse ich, den anderen nicht. Check. Okay. War ich jetzt dran? Du musst halt noch was sagen auch. Was war denn die Frage? Sie hat nur männliche Freunde, aber wirklich nur. Ich kann das sonst noch anfangen. Das Ding ist halt, ich glaube, ich finde so als Character so diese more girly girls nice und ich habe das Gefühl, Girls, die halt mit so eher mit mehr Guys hängen, sind mehr so diese krassen Kumpeltypen, aber halt so ein bisschen weniger von diesem femininen Ding. Also checkst du, wo ich hin will? man hat so dieses Bild im Kopf, ja. Also ja, und das ist so, also ich brauche so dieses, ich brauche schon so ein feminin, sehr feminines Girl. Ja. Also für mich würde es von einer 10 auf eine 5 kommen. Boah, krass. Boah, das ist heftig. Das ist 8 oder so gesagt. Weil ich finde, es ist, für mich ist es einfach eine krasse Red Flag. Also wenn es irgendwie sich, vielleicht wirklich zufällig so ergeben hat oder so, I don't know, so einen von one in a million mäßig. Aber ich habe das schon so oft erlebt und ich habe wirklich dieses richtiges, dieses Bild im Kopf von einfach Frauen, die sich mit anderen Frauen nicht gut verstehen, da ist richtig oft ein charakterliches Defizit. Und wenn das der Grund ist, warum es hier nur mit Typen hängt, dann ist das für mich eine 5, weil das werde ich auch in der Beziehung zu spüren bekommen, dass da einfach charaktermäßig noch Development zu tun ist. So, das ist ja nicht schlimm, soll jeder machen. Habt es auch selber schon so in Datingphasen erlebt. Wenn dieses Typ von Frau da, weil ich gedatet habe, habe ich gemerkt, boah, da komme ich nicht so richtig klar damit. Was denkst du, denken Frauen, die Männer, also heterosexuelle Frauen über Männer, vielleicht hören wir hier, also hört die eine oder andere Frau zu, das würde mich sehr interessieren. Umgekehrtes Szenario, eine Frau, also er ist quasi eine 10 aus 10, aber ist nur mit Frauen befreundet. Ich glaube, da ist es halt so, ja, der umgibt sich nur mit Frauen, weil er immer so ein paar warm halten will. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Vorurteile, weil er einfach die ganze Zeit so der Hahn im Korb sein will, diesen Zuspruch haben will. Und vielleicht aber halt auch, also könnt ihr gerne schreiben, ich würde es so sehen, dass vielleicht man auch sagt, der kann vielleicht nicht so richtig mit Konkurrenz umgehen, weißt du? Oder ist so vielleicht sehr, ist vielleicht sehr narzisstisch. Dass er so ein Alpha-mäßig sein möchte. Dass er so Züge hat, so von, er kann es nicht aushalten, wenn ein anderer Typ da ist und das wäre auch, glaube ich, ein sehr unangenehmer Partner. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich, glaube ich, so Tim-Gabel-mäßig die ganze Zeit meinen Schwanz in die Kamera halte. Ey, perfekt. Okay, ich mache mal weiter. Und das ist wirklich eine Sache, da frage ich mich schon oft, es tut mir leid, Mama, falls du gerade zuhörst. Sie ist eine 10, aber sie heißt genauso wie deine Mutter. Boah, fuck my life, bro. Weil ich kann das selber, ich denke da oft drüber nach, was macht man denn? Was macht man denn, wenn man jetzt ein 10 aus 10 Girl trifft und die heißt genauso wie deine Mom? Ist mega weird. Die Menschheit hat es ja irgendwie ganz gut geregelt, dadurch, dass halt so Namen immer sich so abwechseln, dass immer mal Sachen in Mode sind und nicht in Mode. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Mom einen Namen hat, der dann in deinem Alter nicht mal modern ist, ist relativ hoch, würde ich sagen. Ja. Aber wenn es passieren sollte, boah, ehrlich gesagt, ich stelle es mir jetzt gerade vor, kann es natürlich nicht sagen, wie meine Mom heißt, aber ich stelle es mir jetzt gerade vor, ich glaube, es wäre trotzdem, okay, bei Bumsen ist weird. Ja, bro, I don't know. Da würde ich, ich würde einfach ganz, ganz viel mit Spitznamen arbeiten. Aber was würde ich mindern? Ich würde sagen, es würde vielleicht eine 9 oder 9,5, weil wenn sonst alles andere perfekte ist, Bruder, dann scheiß da drauf. Aber ich müsste ein bisschen ein Workaround finden bei manchen Sachen. Okay, ich will kurz erweitern. Sie ist eine 10, aber du findest ihren Namen einfach scheiße. Also finde ich auch den Namen von meiner Mom scheiße? Nee, nee, nee. Es ist ein neuer. Ich finde ihren Namen einfach hässlich. Du findest ihren Namen recht unattraktiv. Dann würde ich die ganze Zeit sie mit Spitznamen anreden und würde auch vielleicht auch eine 9 gehen. Okay, würde ich eigentlich genau so unterschreiben. Ja. Okay, du bist dran. Okay. Boah, ich habe hier auch wieder so einen Diepen. Hast du einen Banger? Ich habe so ein bisschen diese Diepen heute hier. Boah, ja, horrorschen Bock. Okay. Sie ist eine 10. Ich habe das jetzt hier auf Englisch, ich weiß, ich sage es mal auf Englisch, da ist es ein bisschen schwer zu übersetzen, ja. She's a 10 but she needs constant words of affirmation to believe that anyone actually cares about her. Okay, also sie braucht die ganze Bestätigung von Leuten, äh, also sie braucht im Grunde die ganze Bestätigung. Ja, aber Bestätigung im Sinne von, oder sie braucht, sie sucht immer die Bestätigung oder sie braucht es, um zu glauben, dass es überhaupt Leute gibt, für die sie wichtig ist. Checkt man das? Das ist die Liebste, sie ist eine 10, aber frei, die ich hier gehört habe. Ich glaube auch. Und es ist immer so, sie ist eine 10, aber sie mag Analfisten oder so, Bro, und jetzt kommst du zum Ketz, kommst du mit sowas. Ja, aber ich finde, sowas ist auch mal wichtig und ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, aber ich war auch schon in einer Beziehung mit so einer Person. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da gerade nicht so eine richtige Vorstellung von. Naja, so Leute, die halt immer so diese Tendenz haben von, ach man, mag mich doch eh keiner. Boah, Digger. Oder so. Okay, ja, das hatte ich auch schon. Weißt du so, oder, ach, du bist doch bestimmt auch mit mir nur zusammen wegen dem. Und das ist schon, das ist ja ein extremes Beispiel. oder, ja, dann mach doch mal mit deinen Kollegen nach der Arbeit so, ach, keine Ahnung, die mögen mich, glaube ich, eh nicht. Boah. Weißt du, so die ganze Zeit. Und sie braucht quasi immer so dieses, nein, Quatsch. Oder, nee, komm voll gern mit, so, mit dem Freundeskreis. Nee, die Jungs mögen dich doch, komm doch mit heute Abend oder sowas. Ach so scheiße, ja, das hatte ich genau schon. Das ist immer so ein Struggle. Drei. Was macht das? Eine Drei? Das ist mega. Also wenn, was ist, was nicht weggeht, nie weggeht, das bleibt immer so, was vermutlich ja die Frage ist? I guess. Ich meine, man könnte vielleicht dran arbeiten. Okay, sagen wir mal, es geht nie weg. Ja. Drei. Das ist auf long term, also am Anfang ist es so, deswegen ist es halt, ich habe so ein übelstes Helfer-Syndrom oder wie man das nennt, also ich finde es mega hot irgendwie zu helfen. Das ist mega weird. Aber wir Leute mit Helfer-Syndrom ficken uns da auch selber regelmäßig, weil man halt dann oft auch Leute datet, die, also daten auf Helfer-Basis ist halt, geht nie gut. Nee, ist ein mega Quark. Aber ist halt passiert so und deswegen finde ich das, glaube ich, am Anfang wäre es einfach trotzdem eine 10, aber dann mit der Zeit würde es immer nerviger und nerviger und nerviger werden und dann wäre es irgendwann eine 3, weil es dann auch sowas impliziert wie, dass man zum Beispiel nicht mit beiden, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, yo, hey, willst du heute mitkommen zu meinen Homies? Dann sagt die so, ah nee, die mögen mich doch eh nicht. Und dann muss man die erstmal so eine halbe Stunde überreden, dass die da mitkommen, so mäßig. Und darauf hätte ich gar keinen Bock. Okay, gut, das ist jetzt schon so ein bisschen weiter gedacht, aber würde wahrscheinlich passieren dadurch. Ja, aber musst du dann nicht konsequenterweise sagen, auch eher 0? Boah, 0 ist halt schon krass. Ja, aber 3 heißt ja noch in irgendeiner Form, ja okay, oder ich sag, beziehungsmäßig 0. Beziehungsmäßig könnte ich das nicht erinnern. Also es wäre für mich auf Long-Term keine Beziehung. Ja. Okay, ich mach weiter. Ich mach weiter. Jo. Boah. Boah, das finde ich ist eine krasse. Es geht auch in Richtung mäßig deep. Sie ist eine 10, aber sie flirtet immer krass auf Partys mit anderen Typen, würde aber niemals wirklich fremdgehen und das weißt auch zu 100%. Bro. Aber sie ist immer so crazy flirty. Da hab ich actually so einen Fall mitbekommen aus einem anderen Freundeskreis, also nicht von mir, aber von halt jemand anderem da in dem Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört, aber neben uns steht gerade ein BMW, der gerade mit Motor ansteht. Das ist ein 7er. Falls man es im Hintergrund hört. Wo ist ein M7? Der ist ja sehr, sehr schön. Ganz, ganz herrliche BMW. Ja. Alles Gute an dem Mann, der da fährt. Wenn du es nicht mehr brauchst, sag ich Bescheid. Ich kaufe das ab. Sag noch mal ganz kurz, mein Gehirn ist in Ruhe. Sie ist eine 10er, aber sie flirtet immer krass auf Partys mit anderen Typen. Würde aber nie wirklich fremdgehen. Oder das weißt auch zu 100%. Okay, also ich hab halt da diesen Fall aus so einem befreundeten Freundeskreis so mitbekommen, wo halt das immer so ist, dass es immer eine Person gibt, die immer, wenn man unterwegs ist, flirtet und sogar auch so halt noch mal so, vielleicht, dass man sogar noch schreibt danach und so es darf. So auf den, aber man weiß trotzdem, dass eigentlich nie was passieren würde. So, ich würde, boah ey, ich sag ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich würde mich mies abfacken. Ich auch, voll. Weil auch wenn man weiß, dass nichts passiert, ich würde mir so denken, Bro, warum flirtest du denn so mit den Personen? Also irgendwie würdest du mich auch ein bisschen verletzen? Ich hatte genau das, als ich 15 war. Ist natürlich noch mal was anderes, aber bei meinem Girlfriend damals war das halt genau das. Ich hab mich dann später nochmal mit der getroffen und dann hat sie sich genau dafür entschuldigt, ohne dass ich das angesprochen hab. Fand ich ziemlich cool. Aber, ähm, ja, also das, das war so eine Sache, also deswegen, sonst hätte ich das jetzt auch nicht erzählt hier. Aber, äh, das war so eine Sache, die hat mich damals krank abgefallen. Ich wusste, dass die jetzt nicht so pullt, aber die hat halt so oft Partys, wenn wir so Homepartys hatten, das war so diese Homeparty-Zeit, wo wir so 16, 17 waren, das erste Mal wurde so Alkohol getrunken und so Filme. Und dann hat die halt so mit meinen Homies auch immer so supereng getanzt auf der Tanzfläche und so. Guck mal, ich finde, da gibt es diese zwei unterschiedlichen Arten. Es gibt die einen, die machen das dann so und gucken auch noch zu dir so vielleicht, um wirklich dich zu provozieren. Aber es gibt diese andere Art von Leuten, die das einfach irgendwie so machen, so in ihrer Art so drin haben und es zum Beispiel auch machen, wenn du gar nicht dabei bist. Einfach so, das ist so deren Art einfach so. Ja, über diese Art spiele ich eigentlich mehr an. Du flirrt so. Ja. Würde mich aber trotzdem extrem abfucken. Ich würde mit ihr drüber reden, warum sie das macht und ich würde ihr... Es würde sich nie ändern. Es würde sich nie ändern. Es würde sich nie ändern. Und es bleibt immer so. Ansonsten ist alles perfekt an der. Aber sie ist eine 10? Sie ist eine 10 aus 10. Sie ist mega witzig. Sie ist übelst hübsch. Sie hat einen Mega-Charakter. Sie ist dediziert im Job und so. Boah. Sie würde hundertprozentig nie fremdgehen. Dafür hast du wirklich einhundertprozentig Confirmation. Aber du weißt, dass sie auf jeder Party immer mit Typen flirrtet. Ich sag euch ganz ehrlich. Und die so um den Finger wickelt. Ich sag euch ganz ehrlich, das würde für mich eine Sex werden. Ja. Weil, selbst wenn ich das hundertprozentig weiß, mach's gut, schöne Feierabend. Mach's gut, Niklas. Ciao, ciao. Wir haben keinen Schlüssel. Na, fährst du gerade durchs Tor durch. Haben wir nicht. Ist schon nur ein Opel, gell? Weil, selbst wenn ich wüsste, dass ich nicht fremdgehen würde, das würde mich so fertig machen. Du bist auf einer Party und denkst die ganze Zeit, okay, mit welchem Typ labert die wieder jetzt? Ja, dann kriegst du immer die Leute, die dann noch so sagen, ey, deine Freundin labert die gerade irgendwie mit denen. Genau. Plus die Typen wissen das ja vielleicht auch nicht. Das heißt, du hast halt auch ständig die Situation, dass Jungs Moves versuchen bei deiner Freundin, die zwar nicht wirken, aber ne. Okay, also sechs würde ich unterschreiben. Beides mal eine sechs. Okay. Du bist dran. Sie ist eine Zehn, aber sie ist sehr eifersüchtig. Was heißt das? Also was heißt sehr eifersüchtig? Hattest du schon mal so einen Fall, wo eine Person eifersüchtig war? Würde schon sagen, ja. Okay. Mach's gut, Raube. Schöne Feierabend. Digga, wir verabschieden ja alle, die gerade von der Arbeit nach Hause fahren. Das ist ja ein Pförtner-Lifestyle irgendwie so. Mach es sich gut. Bis morgen. Eifersüchtig heißt, sie checkt so, mit wem du auf Insta followst. Sie fragt auch so, hey, wer ist diese Katrin, die da auf WhatsApp schreibt? Auch wenn die zum Beispiel von Arbeit oder irgendwie sowas ist. So, wenn du mit weiblichen Freunden was machst, dann würdest du, hey, was habt ihr gemacht? Und dann werden auch die ganze Zeit so Jokes gekickt, wie so, ja, bestimmt habt ihr gerade gefickt, so, gell? Wo sie auch Spaß meint, aber, weißt du, wie ich meine? Ja, check ich. So aus Spaß, aber sie hat auch so ein bisschen, dass sie denkt, vielleicht konfessst er jetzt, der Schwein. Jeder, der sowas schon mal hatte, kann jetzt hier relaten. Ja, bestimmt trefft ihr euch gleich zum Bumsen, gell? Also sie, sie ist schon so. Ich glaube, das ist ziemlich obvious eigentlich. Sieben. What? Ja. Du findest auch ein bisschen geil, gell? Guck mal, die Dreckzauern, ich hände den doch. Also ich finde, ein bisschen Eifersucht, aber das darf, ist wirklich das, also was heißt Eifersucht? Eifersucht ist so falsch, aber so. Ist schon Eifersucht. So ein, ja, okay, nee, also wenn es wirklich, wenn es wirklich so nervig ist, dann ist es trash. Aber ich finde, ich finde es nice, wenn du so ein bisschen gekehrt wirst, weißt du? Ja, aber Bro, zum Beispiel, ich will mich niemals rechtfertigen müssen, warum ich hier mal auf Insta folge. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Oder zum Beispiel, keine Ahnung, so, wenn ich auf Insta halt, wenn da halt Leute schreiben, hey, cooler Podcast oder sowas, und ich antworte den, und man ist an Insta, und dann wird so, hey, wer ist das? Wer ist das? Warum schreibst du mir der? Okay, reden wir so wirklich auf so, auf so WhatsApp-Stalk-Basis und so Instagram-DM-Stalk-Basis? Ja, sie sagt so, nee, nee, du musst mir nicht deinen Pin geben. Aber wenn sie da mal zum Beispiel so sieht, dass du gerade irgendwie so schreibst, dann, hä, wer ist das? Deine Schwester ist doch, heißt doch ganz anders oder irgendwie so. Boah, so krass. Okay, so krass. Drei. Ja? Ich hatte es am Anfang irgendwie weniger. Aber es ist die Frau deines Lebens, Bro. Ja, ist es dann nicht. Alles ist geil, Bruder, du bummst, du denkst, jedes Mal, wenn du kommst, du denkst, alles, das Universum explodiert. So geil ist es. Boah, das ist das Beste von das Ding. Guck mal. Check ich. Boah, da würde ich nochmal konzillern. Sondern neun. Ich weiß. Nee, vier oder so. Drei oder vier. Ja, ich glaube, es würde auch bei mir extrem low gehen, weil auf Dauer könnte ich keine Beziehung halten mit so einer Person. Nee, Mann, Sex carried auch nicht so viel. Viel, aber nicht so viel. Ey, seid nicht so eifersüchtig, Mann. Wirklich, lass das mal. All right, ich mach weiter. Wie viele Frage ist das? Ich hab noch fünf Fragen. Ich kann auch alle durchballern. Dann machen wir jetzt einfach mal deine. Weil sonst, ich glaub, sehr lange. Okay. Sie ist eine Zehn, aber sie trinkt auf Partys immer zu viel. Immer. Sie trinkt immer zu viel, sie kotzt immer. Elf. Ist das serious? Ja. Zehn, find ich cool. Die Fresse. Ich würde halt sagen, hey, chill mal so ein bisschen. Aber, also ist sie so total absturz, oder was? Ja, immer. So smiley-mäßig. Sie blamiert, ha, liebe Grüße, Bruder. Schau doch smiley. Sie blamiert sich jedes Mal komplett. Ach, sie blamiert sich sogar? Ja, sie ist turbo voll. So eine Hose runter und scheißt sich ein und so? Ja, so jetzt nicht, aber sie pennt dann irgendwo ein und kotzt dann immer irgendwo in die Wohnung rein, von den Partys, wo sie ist. Und du musst dich immer so mäßig auch um die kümmern und so. Und es ist so jedes Wochenende eine Filme? Jedes Wochenende, wenn die Feiern geht. Oder jedes zweite oder so. dann würde ich sagen eine Sieben. Okay, geht aber noch. Aber irgendwie bin ich da, leider vielleicht auch, vielleicht ist es auch wahrscheinlich nicht gut, aber ich bin bei so Thema so Alkohol und Kotzen und so, fände ich jetzt nicht so krass schlimm. Solange ich mir jetzt nicht Sorgen machen müsste die ganze Zeit. Also weißt du, dass sie irgendwo im Graben gerade stirbt. Doch, müsstest du auch mal. Und du würdest schon immer so ein Auge drauf werfen, wenn du zu zweit unterwegs bist. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, dann würde es glaube ich für mich, es droppt gerade extrem auf ein 3-2-1-0. Okay. weil, Der escalated quickly, Alter. Ob ihr richtig steht, seht ihr, was ein Lied da geht. Nee, weil, boah, wenn du sowas machst, dann hast du auch echt Probleme, man. Dann verdeckst du irgendwas und das finde ich unkorrekt. Okay, ich mache weiter. Also würde ich genauso sagen. Ja. Würde auch sagen 3-2-1-0. Sie ist eine Sieben, aber sie hat die heißeste Stimme, die du dir nur vorstellen könntest. Und, ich habe noch eine Edition, sie kann auch so die geilsten Sprachen, also wenn du zum Beispiel Französisch übelst, geil findest, kann sie so beim Sex auch so Dirty Talk im Französischen machen und so. Ja, dann ist, bro, easy eine 10. Ja? Easy eine 10. Krass. Doch, weil im Notfall kannst du immer deine Augen zumachen. Ich habe meistens beim Sex meine Augen zu. Aber das ist einfach, weil es tödiger ist, weil sonst ist es so zu hell. seitdem vor meinem Bett die komplette Wand mit dem Spiegel voll ist, Boah, jeder Blinzler ist verschwendet einfach, Digga. Okay, sie ist eine 10, aber, also, ich glaube, ich würde sagen, 8 oder 9. Ich finde Stimme sehr, 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 sehr erotisch. Ich sage auch 9, 19. Sie ist eine 10, aber sie kann sich 0% stylisch anziehen. Also, du findest es immer richtig low, was sie anhat. So, ihr geht weg und sie hat einfach so richtige Billow-Klamotten an. Gut, da sind wir bei deinem Ästhetik-Thema wieder, da müsstest du es natürlich hier sehr low ranken. Also, sie checkt gar nicht, was zusammenpasst oder was gerade so im Trend-Mäßigen ist. Und sie würde es auch niemals lernen, egal wie viel man da mit ihr drüber redet oder so. Und sie würde auch bestehen darauf, die Sachen immer anzuziehen, die sie anhat. Also, du kannst nicht viel, sie was rauslegen oder so. Ich meine, ich bin da selber niemand, der da so krass viel Wert drauf legt. Also, so bei mir selber, also, dass ich jetzt da so crazy bin. Guck mal, da haben wir es, weil du vor zwei Jahren noch ein Android-Phone hattest. Ja, oder weil ich einfach dick bin und mir keine Klamotten passen, außer die von Asos Übergrößen. Das ist immer Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Oder mal ein paar Sachen von Lyle und Scott. Schaut es an die beiden Brands. Zicker, Asos Übergröße. Haben mich gekillt. Was soll ich sagen, so heißt diese Scheiß-Kategorie. Das tut mir immer richtig leid, da haben wir schon mal privat drüber gesprochen, für so Leute, die ein bisschen korpulenter sind, immer richtig arschgefickt, Digga. scheiß auf Gesundheit, allein deshalb würde ich abnehmen. Ja, check ich voll. Ne, aber, ja, trotzdem würde es für mich, das würde mich nerven. Es würde eine 7, glaube ich, werden. Okay, ich glaube, für mich wäre es eine 3. Wow! Ja gut, aber warst du an deinem Android. Schon sehr wichtig. Quatsch. Meinungshaber, das sind nur meine. Also so super hoch. Also so quietschen fast schon, Bro. Oh, holy shit, Bro. Wow, wo war der, Bro? Digga, das war die riesigste Weste von Dominiks Mund, die man je gesehen hat. Die kam aber einfach so von oben so runtergeslidet, so vor mich, hat mich eingeguckt und hat sie dann verpisst. Die hat gedacht, ach scheiße, Dominik, redest du mal schnell weiter. Ähm, summ, summ, hat die eigentlich gesagt, weil die kann ja nicht reden. Bro, beantworte einfach die fucking Frage, Dog. Ja, ist halt eine 10. Ja? 11 sogar. Ich fände es geil, ich fände es hot. Okay, pass auf, ich hab noch eine, ich hab noch eine spontane, sie ist eine 10, aber, sie macht ach egal. Nee, 11 dann. Sie ist eine 10, aber sie hat halt als Dildo, also immer wenn sie halt so, wenn ihr so beim Sex so Dildo used oder so, hat sie immer nur so einen, der so aussieht wie so ein krank langer Tentakel. Puh, Juck, Scheiß, Bro, 10. Okay. Was sagst du? 8. Was? Ich bin auf Downrank. Digga, Pornos, wo so Tentakel, Dildos vorkommen, gehen gar nicht. Das ist doch kein Porno, wo der vorkommt, sie hat den einfach nur. Ja, aber kennst du diese, Bro, steck die vom Treppengeländer rein, Digga, ist mir scheißegal, Alter. Kennst du diese Drachendildos? Gut, machen wir jetzt weiter mit der nächsten Frage. Drachendildos? Spucken die Feuer? Sie ist eine 10, aber sie macht beim Sex Dirty Talk auf Sächsisch. Boah, 0. Nein, Lava. Ich schwöre bei Gott, 0 ist zu heftig. Ich weiß, deine Familie kommt daher, ich entschuldige mich bei allen, auch die ich nicht kenne von dort. Das ist die krasseste Frau, die du kennst und sie redet nur beim, sonst nicht. Ich schwöre bei Gott, 0, ich kann es nicht. Ich würde mir Europax reinmachen. Ja, dürftest du machen. Okay, dann, dann 9, weil ich mir immer reinmachen muss, nervt. Ne, Real Talk, no cap, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus, Es gibt diese eine TikTokerin, die ist auch relativ groß, so eine Deutsche, die normal immer Hochdeutsch redet, aber dann irgendwie haben Leute herausgefunden, dass sie daherkommt und dann fanden die es lustig, hat eben so geschrieben, in den Kommentaren, sprich mal das und das auf Sächsisch aus. Und sie hat dann immer so TikToks gemacht, wie sie verschiedene Worte sagt, auf Sächsisch oder so selten. Und da war auch so Dirty Talk dabei. Auch mal, aber halt auch so einfach normal und da habe ich gemerkt, ich finde das so unfassbar, ich will Real Talk, mein Schwanz wird nicht mehr hart werden. Als Ob, Digga. Doch, wirklich, es tut mir krass. Ich würde sagen 7. Aber du hast anscheinend auch damit ein Problem. Ist auf jeden Fall ein Abturner, ja. Was, sie ist eine 10, aber sie redet schwebisch beim Sex. 7,5. Bisschen besser, aber nicht viel. Ja, es wäre für mich aber auch eine 7. Weil dieser richtig schwäbische Bauern, oh ja, das schiebst neil. Fick mich grad Scheid. Fick mich rechtshammer. Gib mir die Wurst neil. Freunde, ich würde sagen, damit machen wir den Sack hier zu. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr immer jede Live-Folge einfach mal kurz einen kleinen Like da lasst und vielleicht auch ein kleines Kommo, ein Kommi schreibt. Was auch super wichtig ist, dass ihr auf Spotify eine Bewertung da lasst. Gerne auch auf Apple, wo es sowas geht. Das hilft immer richtig viel. Da küsst mir eure Herzen, empfehlen den Podcast weiter. Meine Empfehlung der Woche ist ganz schnell kurz rausgesagt, wenn ihr in Berlin seid, checkt mal das KDW ab. Ist crazy cool. Könnt ihr ganz oben, ist die Food-Abteilung, da ein bisschen einkaufen. KDW ist überscheiße. Das ist die beschissenste Empfehlung, die ich je gehört habe. Food-Abteilung oben? Food-Abteilung ist okay, aber restliche KDW ist überscheiße. Das ist halt einfach ein normales Shopping-Ding, so wie in London dieses... In my opinion, also ich würde da nie einkaufen. Warum? Da gibt es nur Scheiße. Außer die Food-Abteilung. Was ist das für eine Begründung, da gibt es nur Scheiße, da gibt es halt einen Prada-Store, da gibt es einen Hermes-Store. Ja, da gibt es nur so Bonsen-Shit, Digga, den keiner will. Und von den Bonsen-Sachen gibt es nur die Waxen-Sachen. Okay, maybe. Ich war halt nur einmal kurz drin. Ich bin basically eins, zwei, direkt zur Sechs und habe richtig geile... Bro, was du meintest, was du eigentlich empfohlen hast, dieser Food-Spot, oben ist krass, da haben die so geile Donuts, die haben so mega geile Muffins und so, dann haben die so Übelst... Schokoladenauswahl, Käse, Fleisch, Brot... Essen ist krass da. Wein hier unten im Keller haben die eine Weinabteilung. Oben auch sogar. Oder oben kann sein. Übelst krass. Sehr geil. Okay, Essen check ich ja, aber der Rest ist wirklich no joke. Wenn du länger da bist, willst du checken, ist Quatsch. Da ein Scheiß drauf. Meine Empfehlung der Woche ist eine Eisdiele, das ist die zweite Eisdiele. Okay. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie die heißt, ich glaube Eisdiele Schmitz oder so. Schmitz, ja. Da habe ich Apple Crumble Eis gegessen und Bananen-Sorbet. Ich habe gerade überlegt, ob ich die empfohlen habe, aber ich habe die nicht hier empfohlen, sondern zu dir. Genau, du hast mir privat die empfohlen und ich habe nach deiner Empfehlung auch, dass du Apple Crumble gegessen hast und ich hatte noch on top, weil ich dachte, das passt irgendwie gut dazu, Bananen-Sorbet gegessen. Das ist krass. Junge war heftig. Das habe ich am Sonntag gegessen. Krank, ist in Köln, hat übelst lange immer offen und der Typ an der, also der Kassierer, der Eismann, war troponett. Ja. Sehr, sehr geil. Die sind richtig geil, Freunde. Freunde, geile Folge. Bis nächste Woche. Halt die Ohren steif. Peace. Ciao, ciao. .